Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast-Ausgabe 441. Heute mit dem Ausblick auf das Wrestling-Jahr 2022. Prognosen, Trends, Fäden, wir quatschen drüber und werfen einen Blick in die Glaskugel. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und wie auch schon beim vergangenen Rückblick ist natürlich auch der David Kloß von MAN TV ebenfalls da. Wunderschönen guten Tag, David. Auch hallo. Ja, nach einem dreieinhalbstündigen Podcast jetzt der Ausblick. Ich bin gespannt, auch wo wir hier heute zeitlich landen. Aber Kai, das Wrestling-Jahr fängt ja auch schon verheißungsvoll an. Wir haben es in einem Breaking-News-Video schon kundgetan, hier die Entlassung bei NXT. Also wir werden auf jeden Fall nicht arbeitslos werden. Ich glaube, das kann man schon mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Und das Schöne ist ja auch, dadurch, dass man merkt, es passiert immer so viel, wird auch so ein Ausblick umso schwieriger. Also weil dann sage ich jetzt heute, ah, der und der, der könnte ja Champion werden. Und in drei Tagen heißt es XY wird entlassen. Dann sage ich, gut, lag ich vielleicht falsch. Was ab schon, wenn der Podcast online geht. Wirklich, das ist der große Vorteil. Wir nehmen heute am Samstag vor der Veröffentlichung auf. Das ist ganz selten. Eigentlich ist Kai schuld, dass wir jetzt hier uns den Samstagabend um die Ohren schlagen. Stimmt, ja. David ist geschädigt, weil gerade Frankfurt verloren hat. Also es läuft alles optimal. Das ist nicht schlimm. Na gut, dann ist halt nicht schlimm. Rätst ja ein. Was auf jeden Fall wunderbar läuft, ist natürlich hier bei Headlock. Weil zum einen, ja, planen für die kommende Woche einen Fragen-Podcast. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns die gerne an fragen.headlock.de oder geht einfach auf unseren Discord. Den Link dazu findet ihr überall. Wahrscheinlich sind die meisten auch schon drauf. Und postet da gerne unter dem Hashtag AskHeadlock. Ihr könnt es natürlich auch bei Facebook anschreiben oder bei Twitter. Und dann packen wir die ganzen Krempel da rein und machen da einen wunderbaren Fragen-Antworten-Podcast draus. Der ist ja im Dezember quasi ausgefallen. Deswegen machen wir jetzt zu Beginn des Jahres dann einen hinterher. Und ich habe auch einige schon in petto, also einige Fragen. Und was auch natürlich absolut wunderbar zum Jahresbeginn ist, ist, dass wir so viel Backup und so viel Unterstützung von euch bekommen haben. Also Kai, unser Aufruf an alle Spotify-Hörer, der hat gezündet, oder? Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell über 200 kommen. Und jetzt nähern wir uns irgendwo knapp um die 250 so langsam. Ich gucke gerade drauf, 262. 262 sogar schon, also die 300 fällt noch. Deswegen, jeder, der da nicht bewertet hat, kurz fünf Sterne klicken, dauert maximal zehn Sekunden. Genau das. Und auch da natürlich nochmal Dankeschön, dass ihr das gemacht habt. Also wir sind noch bei 4,9 bei der Wertung. Ich möchte gerne wissen, wer uns da nicht die fünf Sterne gegeben hat. Shaggy. Das war bestimmt einfach Shaggy im Umzunatzen. Du meinst, weil er das einfach nicht kann? Nee, er findet das ja lustig. Nein, aber da auf jeden Fall schon mal Danke. Und ganz großes Dankeschön auch an all die lieben Menschen, die uns unterstützen. Und offensichtlich haben sich viele zum Jahresbeginn tatsächlich den Vorsatz genommen. Mensch, so ein ganzes Jahr mit Headlock, das wäre schon ziemlich geil. Weil wir hatten echt viele, die schon Unterstützer gewesen sind oder neu eingestiegen sind, die jetzt auf eine Jahresmitgliedschaft umgestiegen sind, beziehungsweise eine Jahresmitgliedschaft bei Patreon oder Steady eingekauft haben. Und deswegen erstmal wieder hier das große Dankeschön an die entsprechenden Personen. Und das sind der AIC91, der Thomas, der Jörg, der Sven, der Florian, der Markus, der Christian und der Sascha. Und der Sascha, der war besonders cool, weil nicht nur, dass er eine Jahresmitgliedschaft genommen hat, der hat die auch einfach mal aufgerundet, was ich super geil finde. Einfach so, hat von sich aus quasi nochmal ein bisschen was draufgelegt. Und da natürlich auch nochmal ein ganz, ganz großes Extra-Dankeschön. Und bei Steady war auch noch der André mit dabei. Also generell Steady auch da, ruhig reinschauen, weil der gleiche Content. Und man kann da auch sehr bequem per Bankeinzug zahlen. Als deutsches Unternehmen ist super easy. Und wer eine Jahresmitgliedschaft sich hier holt, der bezahlt auch weniger. Der bezahlt dann quasi 10% weniger, als man normalerweise für eine monatliche Mitgliedschaft zahlen würde. Also wir freuen uns da. Und vor allem brauchen wir den Backup eben auch, um all das hier zu finanzieren, was wir da an Zeit und Einsatz reinstecken. Entsprechend Dankeschön da an euch alle da draußen. Und wir werden auch demnächst nochmal einen kleinen Ausblick in die Headlock-Zukunft hier bringen, was wir noch vorhaben, wie es jetzt das letzte Jahr gelaufen. Da werden wir natürlich dann auch nochmal drüber sprechen, in einem separaten Update. So, ich glaube, jetzt reicht es aber auch hier mit den Formalitäten. Lass uns einsteigen in den Jahresausblick 2022. Das klingt unfassbar futuristisch, 2022. Haben wir aber tatsächlich schon. Und deswegen frage ich erst mal, wie auch in den letzten Jahren, mit einer ganz allgemeinen Frage an. David, was sind denn deine Wünsche und Erwartungen für 2022? Im Wrestling-Bereich natürlich jetzt nicht irgendwie. Man muss ordentlich trennen zwischen Erwartungen und Wünschen, weil Erwartungen habe ich dieses Jahr gar keine. Das ist langweilig, klingt blöd, aber das liegt einfach daran, dass die Zeit halt so schwer, ja, so vorauszusagen ist. Wie halt Kai schon sagte mit den Entlassungen. Ich weiß halt nicht, was da passiert. Ich weiß nicht, wie jetzt sich Corona weiterentwickeln wird. Die Wünsche, ja, ich freue mich auf eine, oder ich hoffe auf eine WrestleMania mit vollem Stadion. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich habe auch den Wunsch, dass AEW halt ja sich als Mainplayer etabliert und das weiter schärft, dass ich Spaß am Wrestling habe, dass ich vor allem mit meiner Frau Spaß am Wrestling habe zu gucken. Ansonsten, ich wünsche mir auch, dass neue Gesichter es nach oben schaffen. Aber das ist halt der Wunsch und das ist nicht die Erwartung. Kai, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich finde, das ist eigentlich ganz gut, weil Erwartungen, das klingt ja auch immer so hochtrabend nach dem Motto, ich will, dass ihr das und das macht. Das ist immer ein bisschen schwierig, also klar, ich sage mal, Erwartungen können ja auch quasi Wünsche sein. Also letztendlich erwarte ich auch trotzdem, dass WWE immer wieder das Produkt mehr, also in eine geile Richtung rückt. So und über die Road to WrestleMania hinaus und nicht wieder dieses drei Monate geil, geil, geil und dann das tolle Loch zwischen WrestleMania, Money in the Bank und SummerSlam. Also das ist ja eine Forderung schon eher anstelle einer Erwartung und ich habe auch wirklich ehrlich, wie David gesagt hat, eher dann mehr Wünsche. Und der größte Wunsch ist, glaube ich, dass wir, also wir trennen jetzt ein bisschen wieder Herz von Logik, dass wir das ganze Jahr über volle Hallen haben mit richtigen Crowds. Ich glaube, das ist mein Hauptwunsch. Oh ja. Das war's schon? Ja, der Rest kommt gleich. Mach doch deinen Hauptwunsch, jetzt bist du auch mal dran, Olaf. Ich würde mir wünschen, dass NXT 2.0 wieder zu NXT Black & Gold wird und dass ich Timothy Thatcher live sehe. Das ist tatsächlich auch ein Wunsch von mir, also das hoffe ich auch, dass wir den hier in Deutschland zu sehen bekommen. Und ich glaube, das werden wir auch, wenn nicht beim Karat, dann auf jeden Fall ein bisschen später. Aber ansonsten ... Moment, also Wünsche müssen nicht realistisch sein, zwangsläufig. Deswegen sind es ja Wünsche. Ja gut, dann wünsche ich mir Walter bei WrestleMania. Ist ein bisschen früh meiner Meinung nach, aber Wunsch ist Wunsch. Rumble. Rumble finde ich okay. Bei Rumble würde er hundertprozentig sein. Ich frage mich gerade, bevor Olaf reden darf, ich muss nochmal da unterbrechen. Mich würde jetzt mal interessieren, ob ich im Ausblick 2021 gesagt habe, dass ich mir wünsche, dass Punk zurückkommt. Ich gehe stark davon aus. Und ich kann ansonsten mal sagen, hat doch geklappt. Hast du gut gemacht, geil. War doch okay, oder? Ich meine, das war ja so ein Wunsch, den hast du, glaube ich, in jedem Ausblick genannt. Ja, also man muss nur laut genug schreien. Und dann passiert es irgendwann. Genau. Wenn ich so auf meine Erwartungen und Wünsche gehe, dann ist es auf jeden Fall so, ich möchte auch mal wieder, ich will die großen Storylines, das ist eine Erwartung, die ich, eigentlich so eine Mischung aus Erwartung und Wunsch. Ich will die großen Storylines, die mich packen und die mich wieder, immer wieder reinziehen. Ich hatte das jetzt im letzten Jahr einige Male, bei Hangman und Omega hatte ich das. Ich hatte auch immer so Momente, auch gerade bei Roman Reigns, wo ich mit drin gewesen bin, auch gerade diese großen Momente, die wir bei WrestleMania gehabt haben, der Triple Threat Main Event. All sowas, da war ich überall drin und natürlich auch diese großen Augenblicke mit den Comebacks. Und das kann man fortsetzen, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr drin. Und mein Wunsch ist einfach, dass das Wrestling vor allem wieder wächst, auch hier gerade in Deutschland wieder wächst, weil man hat schon ein bisschen das Gefühl, es ist derzeit noch viel kleiner in der Bubble, als das noch vor einiger Zeit gewesen ist. Und ich wünsche mir, dass das hier wieder einen kleinen Aufstieg erlebt. Ich habe anschließend noch eine von den mutigen Prognosen, da werde ich euch dann dazu noch befragen, wie ihr das seht. Deswegen lassen wir das erstmal jetzt hier gerade weg. Aber das ist so eigentlich einer meiner Wünsche. Klar, volle Hallen, Zuschauer, Stimmung, geile Matches, all das macht ja Wrestling aus. Aber ich möchte vor allem, ich möchte die großen Storys und ich möchte aber auch, dass wir hier in Deutschland wieder eine blühende Wrestling-Landschaft haben, dass man leichter auch an bestimmte Inhalte drankommt, siehe AEW zum Beispiel. Das würde ich mir wünschen, dass man da eben nicht mit zeitlichen Verzögerungen dabei ist. Das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir auch wünschen, dass Wrestling wieder viel stärker in den Medien vertreten ist. Und damit meine ich jetzt nicht Bild. Sondern zum Beispiel sowas wie die Bastards-Doku jetzt in der ARD und auch im hessischen Rundfunk, glaube ich, läuft die. Schaut euch die mal an übrigens. So kleiner Tipp hier zu Beginn. Weil das ist auch wirklich eine cool gemachte Doku von Marco Eisenbart, der da auch schon mal bei uns zu Gast gewesen ist. Also wenn ihr da die Zeit habt, schaut da gerne mal rein. Nur nicht mehr Facebook reinschauen bei dem Posting, was das bewirbt, weil der Top-Kommentar. Hey, mein Ding ist doch fake. Boah, Alter. Der Klassiker ist das doch. Aber David, du hast es gerade schon angesprochen. Es ist natürlich in diesem, genauso wie auch im vergangenen Jahr, extrem schwierig, da eine Prognose wirklich abzugeben. Das ist so ein bisschen der Disclaimer, weil zum einen wir wissen nicht genau, wie sich Corona jetzt weiterentwickelt. Wie wirkt sich das natürlich dann auch auf die Szene in den USA aus? Wie wirkt sich das aufs Wrestling weltweit aus? Das ist nicht abzuschätzen, wie sich da gerade die aktuelle Variante ausbreitet und wer weiß, was danach kommt. Insofern finde ich das immer auch ganz spannend, wenn man sich dann nochmal die alten Ausblicke zum Beispiel anschaut, was dann so die Erwartungen und Wünsche gewesen sind. Hier mache ich jetzt ganz bewusst schon mal den Disclaimer obendrauf, weil wir haben es in den letzten Jahren gesehen. Da haben wir so viel rumgesponnen und natürlich dann kam Corona und dann war plötzlich alles anders. Nicht nur das Wrestling, sondern auch das gesamte Leben natürlich. Aber lass dann hier an der Stelle glaube ich am besten erstmal mit WWE anfangen. Wir sind ja quasi auf der Road to WrestleMania und entsprechend können wir da jetzt auch so ein bisschen rumspinnen, würde ich sagen. Also die Entlassung lassen wir jetzt mal außen vor. Aber David, der Rumble steht vor der Tür und da muss es doch eigentlich schon ein bisschen kitzeln und jucken, oder? Ja und nein. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe es gerade einfach nur durch Corona, tut mir leid, dass ich es wieder erwähnen muss, ein bisschen dieses große Fragezeichen, ob man die Pläne, die man vielleicht gerade spinnt, überhaupt durchziehen kann. Weil einfach es sein kann, wir erleben das ja auch aktuell, dass einfach Matches ausfallen, weil ein Wrestler positiv ist und ich bin vor allen Dingen gespannt, ob es halt ein Wumble sein wird, den man durchziehen kann, wie man das plant und wie man es, ja oder ob man einen Backup-Plan machen muss. Und ja, richtig heiß bin ich noch nicht, weil ich einfach noch nicht genau weiß, wo die Reise hingehen wird. Das klingt jetzt wahrscheinlich doof, aber ist so. Kai, wie sieht es denn bei dir aus? Wir haben ja auch schon jetzt Day One miteinander besprochen. Ich habe schon gesagt, wie ich so meine Main-Event-Fäde sehe, wie das für mich ausgeht. Es hat sich jetzt mit SmackDown natürlich noch ein bisschen was getan. Wir bekommen Roman gegen Seth Rollins. Seth Rollins steht anscheinend auch kurz vor einem Babyface-Turn. Da tut sich ein bisschen was. Wie ist denn deine Perspektive jetzt hier in Richtung Rumble und in dem, was danach passiert? Ja, ich habe es ja schon, glaube ich, auch bei der Day One Review gesagt. Ich bin da ja ganz krass Team Doppelmoral. Ich sage dann immer, oh ja, das ist doof, das ist doof. Aber wenn der Rumble kommt, da sitze ich aber ganz vorne in der Lok mit dem Zug, mit dem Hütchen auf, im Hype-Train und sage, Freunde, das ist Rumble. Ganz egal, was passiert. Wenn der Kraut dort läuft, ne? Ja, da bin ich halt drin, ne? Da kann ich auch sagen, ja, Produkt und sowas. Ey, Rumble mit Fans, scheißegal, habe einfach Bock drauf, ne? Gib mir ein paar coole Momente. Yo, lass einen Walli rauskommen. Freuen wir uns alle. Also, da habe ich absolut kein Problem mit. Und wie es dann weitergeht, ist dann immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, wie wir auch gesagt haben, es gibt ja dieses Post-Mania-Loch. Es gibt auch immer so ein bisschen diese sehr lange Strecke dann zwischen Rumble und Mania. Wo dann sagst, eigentlich steht schon mal alles fest, aber wir müssen noch mal den Shot verteidigen. Oder wir müssen noch mal gucken, ob da noch jemand reinkommt. Und das wird mal gut mal schlecht gelöst. Da bin ich gespannt drauf. Wir haben noch eine tolle Saudi-Show dazwischen. Yo, Februar, 19. 19. Februar. Auch da natürlich noch mal alles Gute auch von mir. Da freue ich mich super drüber. Was auch wieder Sachen nervig machen kann. Also, wir haben ja gesehen, wie toll sich die Saudi-Show in den Brand-Split oder beziehungsweise in den Draft integriert hat. Fairerweise muss man aber sagen, dass die letzte Saudi-Show die beste Saudi-Show gewesen ist. Ja, aber trotzdem hat sie Storyline-mäßig viele Sachen dumm verkompliziert. Das ist vollkommen korrekt. Ja, also es ging jetzt nicht darum, dass es irgendwie wrestlerisch oder sowas schlecht war oder von den Storys her. Aber es hat einfach viele Sachen blöd gemacht mit dem, ja, wir draften jetzt, aber zählt erst für in drei Wochen, weil wir haben ja noch Saudi-Mania. Das ist ein bisschen doof gewesen. Also, ich habe auf jeden Fall schon diesen Hype in Richtung Rumble und Mania. Den merke ich bei mir auch schon. Nur ich hoffe, dass man da auch schon, ähnlich wie ihr es gesagt habt, vernünftig durchkommt. Weil jetzt gibt es ja auch, unabhängig von Corona, um mal etwas anderes zu nennen, zum Beispiel Sascha Banks verletzt bei einer Hausshow, fällt irgendwie neun bis acht Wochen aus. Also solche Sachen können ja auch immer noch passieren. Ja, es ist schwierig. Ich frage mich gerade, ob du den Social-Media-Post, den WWE-Rausgerhundert falschrum gelesen hast. Neun bis acht Wochen? Ah, sechs bis acht Wochen. Genau so. Ich habe mein Handy falschrum gerade. Ich weiß, ist das eine sechs oder eine neun? Ja, genau. Bei UNO ist immer ein Strich drunter, dann weiß ich das. Genau das. Ja, natürlich, klar, Verletzungen können halt da immer passieren. Genauso, wir haben es jetzt ja bei Day One gesehen, wie schnell es dann auch gehen kann, dass man einfach mal das komplette Main-Event-Picture hier durcheinander wirbeln muss. Wir sehen es auch bei AEW, wo es auch medizinische Umstände gibt, die dann verhindert haben, dass Cody antritt. Genauere Informationen gab es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, was da genau passiert ist. Ja, geht von Covid aus wegen seinem Posting. Ja, und entsprechend, das ist natürlich immer schwierig, aber lass uns trotzdem mal hier so die Main-Stories so ein bisschen durchspinnen. Kai, wir haben, die große Story ist eigentlich Roman Reigns gegen Brock Lesnar, aber trotzdem, jetzt haben auf einmal beide den Titel. Es gibt Gerüchte über Unification-Match, es gibt andere Möglichkeiten. Die beiden bekommen jetzt auch noch neue Herausforderer, natürlich. Der gute Roman Reigns trifft auf Seth Rollins, Brock Lesnar trifft auf Bobby Lashley. Was macht man mit den beiden Richtung WrestleMania? Ja, als ich ja das Unification-Gerücht gebracht habe, bei Day One hast du noch so ein bisschen belacht, jetzt greifst du es selber auf. Also, es wird lauter um dieses Gerücht. Du hast mein innerliches Belachen nicht gehört. Ja, also ich finde es halt immer noch schwierig, weil du hast ja auch gut angebracht im Podcast. Es gibt ja auch immer noch zwei verschiedene Brands auf zwei verschiedenen Sendern. Also, auch da die Frage, wenn wir später noch weiter sind im Podcast, wie sieht es mit dem Brand-Split aus? Werden wir noch mit dem Brand-Split ins nächste Jahr gehen oder gibt es den dann schon nicht mehr? Was auch nochmal schwierig ist, aber jetzt gerade mit dieser Roman-Brock-Thematik, ich mag es, dass es so unfassbar schwer ist, vorauszusagen, was da passiert. Also, weil häufig ist dann ja Januar und dann weiß alles klar, bei Maniac kämpft der gegen den, das ist schon in Stein gemeißelt. Jetzt ist halt die Frage, verliert Brock den Titel noch an Lashley, kämpft dann gegen Roman, wer gewinnt den Rumble, was passiert da? Weil ja, Roman gegen Brock ist ein supergroßes Match, aber wenn beide einen Titel haben, fällt ja faktisch ein Titelmatch weg. Und zudem kommt noch ein dritter hinzu. Genau, also, das sind alles Fragen, kommt noch ein Drew McIntyre hinzu, soll einer Doppelchamp werden? Das ist auch irgendwie doof, meiner Meinung nach, da muss es wieder trennen und hin und her. Also, ich mag es gerade, dass es nicht so vorhersehbar ist, weil das war es in den letzten Jahren oder auch in den letzten Monaten, wenn man mal ehrlich ist, zu häufig. David, wie ist es bei dir aus? Ja, wenn du es richtig groß machen willst, ich meine, Roman Waynes, der steht halt über allem. Der hat schon seine Titelmatches gehabt bei WrestleMania. Wenn du es halt richtig groß machen willst, machst du halt zwei Kerle, die auf demselben Level sind und beide ertragen den Champion-Build. Das muss ja nicht Unification sein, sondern einfach einer gewinnt halt beide. Und das wäre für mich logisch und das würde sich halt groß anfühlen, beziehungsweise noch größer kannst du halt kaum bewerben, aber da ist halt der Wumble noch dabei. Und der Sieger vom Wumble. Und dadurch wäre es halt ein Triple-Sweat-Match und dann würde es gar nicht mehr passen. Das Problem ist aber, was mich halt stört, um das aufzugreifen, absolut, ich bin komplett bei dir, das wäre ein großes Match, das wäre krass. Aber das Problem ist, gerade bei diesen, okay, es geht dann um beide Belts zum Beispiel, muss ja keine Unification sein, also kann ja auch sein wie damals mit Becky. Aber das Problem ist, jeder hat halt einer zwei Belts und ab dann ist es fast immer scheiße in den letzten Jahren gewesen. Weil dann musst du irgendwie so ein Belt verlieren und dann sagst du dadurch auch indirekt, ja, der Belt ist unwichtiger von beiden. Also, der Moment ist krass, das wäre auch ein großes Match, das wäre auch ein Money-Maker-Match, gehe ich ganz stark von aus. Aber das, was danach kommt, ist fast immer doof. So blöd es klingen mag, meine Lieblingsvariante wäre, es geht um gar keinen Titel. Ja, dann kannst du auch Survivor Series gucken. Nein, ich meine halt wirklich, von der Story her würde es mich halt am meisten reizen, wenn beide im Grunde genommen gegenseitig verantwortlich sind oder teilverantwortlich dafür, dass jeder den Titel verloren hat. Das habe ich auch schon überlegt. Aber, also grundsätzlich braucht Roman gegen Brock Lesnar, braucht nicht unbedingt einen Titel, finde ich, weil die Namen stehen eigentlich für sich. Aber ich finde, dass Roman durch seine lange Titelregentschaft einfach jetzt derzeit so ein großes Standing hat, den darfst du nicht einfach aus Story-Gründen, so mir nicht, den ich seinen Titel jetzt verlieren lassen. Sei es jetzt gegen Seth Rollins oder gegen irgendjemand anderes. Das finde ich problematisch und ich finde auch den Einwurf natürlich total gerechtfertigt. Was machen wir denn mit dem Rumble-Sieger? Jetzt ein Triple-Threat-Match mit zwei Gürteln, ist ja auch irgendwie blöd. Und vor allem, wenn Brock Lesnar verlieren lässt, ist es halt auch blöd vor dem großen Match. Ich habe ja bei Day One so ein bisschen Fantasy gebuckt, da wusste ich natürlich noch nicht, dass das jetzt hier in diese Richtung alles gehen würde. Aber ich habe ja so ein bisschen Fantasy gebuckt, dass Roman dafür sorgen wird, dass Brock Lesnar den Titel wieder verlieren würde. Und das wäre dann hier natürlich auch möglich, dass quasi man dadurch Roman Reigns nochmal in der Heal-Persona stärkt. Er greift ein Match ein, vielleicht gegen Lashley, und sorgt dann eben dafür, dass Brock den Titel verliert. Und Brock als, weiß ich gar nicht, vielleicht ist ihm das egal, der sagt einfach, ich muss nicht bei Roman eingreifen, vielleicht ist das Match von Roman vorher, sodass quasi Brock nicht mehr reagieren kann. Und auch die Personalie, Paul Heyman ist da natürlich ganz interessant. Kai, glaubst du, dass ... Moment, Moment, Moment. Was du auch machen kannst bei der Variante, wenn du da schon sagst, ja, der eine verliert, also Brock verliert beim Wumble. Weil bei Vince kann ich mir auch gut vorstellen, dass er Bock verlieren lässt, und der gewinnt dann den Wumble. Zum Beispiel auch, ja. Fände ich auch gut. Wollte ich auch nehmen. Damit er seinen Titel-Match-Stand auf jeden Fall bekommt. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich wollte gerade noch ganz kurz Kai auf die Personalie Paul Heyman ansprechen. Glaubst du, das bleibt jetzt alles so? Also sind wir jetzt hier wieder im Brock-Paul-Wunderland und alles ist gut? Nee, wenn man jetzt aber das Matchland geguckt hat, ja nicht so wirklich. Also das wirkt ja ein bisschen auch, als wäre Paul Heyman da so die Frau mit ihrem Mann und ihrem Ex-Mann. Dann so, ja, red mit dem nicht so. Dann so, ja, Paul, halt die Schnauze. Und dann Roman so, red mit Paul nicht so. Und dann sagt Lesnar zu Roman, ja, Roman, halt das Maul. Und dann Paul zu Brock, ja, Brock, red mit dem nicht so. Also ich bin mal gespannt, was diese neue Art des Love Triangles angeht, die wir da bekommen werden. Ich finde es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und das ist auch definitiv ein Grund, Smackdown zu schauen, um zu wissen, wie es da weitergeht. Weil ich hoffe, dass sie diese Spannung zwischen den drei noch irgendwie aufrechterhalten. Dass man sagt, ja, also Paul Heyman ist ja doch noch irgendwie auch verbunden einem Roman gegenüber. Aber er ist dann auch ja wieder dieser Paul-Helman-Opportunist, der auch mit Paul Heyman, der mit Brock Lesnar auch eine lange Geschäftsbeziehung hat. Und sie aber auch befreundet sind und auch noch für ihn arbeitet. Also ich mag das und das kann auch gerne so weitergehen, dass man da noch ein bisschen was mitmacht. Das finde ich ganz interessant. Eine andere Sache, die ich aber gerade komisch finde, die jetzt gerade so komplett unter den Tisch fällt, finde ich, ist ja die Tatsache, dass Rollins anscheinend Roman rausfordert für den Universal Belt. Roman ist bei Smackdown und Rollins ist halt bei Raw. Also, warum? Weil man jemanden tut solche Sachen nicht. Weil man jemanden braucht. Eben. Ja, dann ist ja auch super. Also, als wenn die Trennung eiskalt immer durchgezogen wird. Also, ja, aber das ist halt schon ... Weil bei Smackdown wahrscheinlich Drew McIntyre ausgefallen ist. Ja, ich glaube auch, dass das der offizielle, also dass das der wirkliche Grundgrund ist. Aber blöd ist es eigentlich trotzdem, ne? Weil wozu gibt's dann Brands? Ja, aber die beiden hatten ja auch schon noch vor dem Roster-Split, beziehungsweise jetzt vor dem letzten Draft, hatten die beiden ja auch schon da gemauschelt. Also, ich finde, das ist noch einigermaßen erträglich. Und wenn man's dann eben mit dem Drew McIntyre-Verletzungsgedöns Backstage quasi erklären kann, ja, es ist an eine Hane herbeigezogen, aber auch irgendwo für mich okay. Also, das ist was, wo ich jetzt noch mit leben kann, wenn man auch sagt, dass das Smackdown-Roster jetzt auch ein bisschen gestärkt werden muss, weil mit Drew McIntyre natürlich ein großer Name fehlt. Gerade jetzt für den Aufbau. Und wir wissen auch noch, ich hab noch nichts gelesen, wie lange Drew McIntyre ausfallen wird. Habt ihr da irgendwas gelesen? Nee, ich auch nicht. Das hieß ja erst nur ein paar Wochen, ne? Aber, also, gerüchtemäßig. Aber seitdem hat man nichts mehr gehört. Genau. Na, werden wir sehen, wie lange der ausfällt. Auch das ist natürlich eine Personalie, die auf der Road to WrestleMania und Richtung WrestleMania dann auch spannend sein wird. Ob der dann noch irgendwie eine Rolle spielt, hat Kai ja auch schon gerade eben angesprochen. Aber grundsätzlich, das wird natürlich der Main Event werden. Also, Roman gegen Brock in irgendeiner Variante. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das Richtung, oder bei WrestleMania ein Main Event von einem der beiden Tage sein wird. Oder, David? Ja, natürlich. Braucht man doch gar nicht drüber reden. Gut, dann ist der Podcast jetzt an der Stelle vorbei. Nein, das ist halt in den Stein gemeißelt. Das ist, wenn da nichts passiert, ist es so. Ja. Was seht ihr denn noch für potenzielle Matches hier in Richtung WrestleMania? Also, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Kai, was erwartest du dir denn noch? Boah, das ist so schwer dieses Jahr. Also, auf jeden Fall natürlich ein Six-Man-Leader-Match und ein IC-Belt. Immer. Jedes Jahr. Das hatten wir jetzt auch seitdem jedes Jahr, seitdem wir es angekündigt haben. Gab ja nie was anderes. Also, ja. Was übrigens ein Wunsch ist, ist, dass der IC-Belt mal wieder irgendwie relevant ist. Aber ich glaube, da ist auch wirklich, ja. Also, kannst du auch wirklich einfach in den Himmels schreiten, weil nichts passiert. Also, solche Sachen. Und ich finde, dass dieses Jahr noch gar nicht so viel feststeht, was Mania angeht. Und das ist so ein bisschen die Sache. Also, ich würde auch Bobby Lashley jetzt sogar den Sieg gönnen, wenn ich ehrlich bin. Und dass er da noch mal irgendwas reißt, das fände ich auch nicht verkehrt, dass er dann auch bei Mania vielleicht sogar den Titel verteidigt. Oder halt, also, um seinen Titel kämpft, den er dann trägt. Das fände ich gar nicht so schlecht. Und bei den Frauen finde ich es schwierig. Gerade, weil jetzt ja auch Charlotte als Championess im Rumble selbst drin ist. Wo man auch merkt, ist doof, wenn man alle entlässt und keine 30 Frauen mehr hat, ne? Och. Dass man sagt, Mickie James, du, das mit dem Müllsack, yo, machst du trotzdem einfach noch mal mit beim Rumble? Alles klar, danke. Wie gesagt, da hat sich ja Triple H offiziell für entschuldigt und der betreffende Mensch wurde entlassen. Also, ich glaube, da hat man das ... Ich glaube, da hat man Backstage das so geregelt, dass da keine Animositäten mehr herrschen. Ich glaube, was du einfach sagen wolltest, du merkst, es ist ein Rumble und da brauchst du so und so viele Leute. Und, oh shit, wie füllen wir das denn mit Leuten, die du ernst nehmen kannst? Was übrigens ... Darf ich da meinen Pick reinschmeißen einfach und Kai ganz frech übers Mundwerk fahren? Yo. So, also mein Tipp für den Rumble-Sieg bei den Damen ist Bailey. Bailey ist im Juli mit einer Verletzung, mit einer Kreuzbandverletzung ausgeschieden. Ich glaube, dass die zurückkommen wird. Und ich glaube, dass wir ... Oder das ist eines meiner ... Dass wir entweder Becky gegen Bailey bekommen oder Bailey gegen Charlotte. Ja, soll sie machen. Richtig Bock auf Ding-Dong-Hello-Promos. Ist halt auch mit, was ihr schon 800 Mal gesehen habt. Ich sag's nur. Ja, also, nee, ist auch super wahrscheinlich. Wir haben es ja auch schon bei der Review zu Day 1 angesprochen. Es wird auch einer Liv Morgan guttun, wenn sie da mal so einen großen Sieg holt, weil die hat sich ja echt gemacht ... Die ist noch weit weg von perfekt, aber die hat sich ja echt den Arsch aufgerissen im letzten Jahr, als mir die Chance gegeben hat. Also, das würde ich auch eigentlich ganz cool finden bei den Damen, dass man vielleicht das mal ein bisschen aufgreift. Man könnte auch mal wieder versuchen, eine Replay vernünftig aufzubauen, ne? Aber gut, auch schwierig. Wir haben Alexa Bliss, die zurückkommt. Das wäre mein Pick gewesen. Also, eine von den beiden Zurückkehrerinnen. Was ist denn mit NXT-Upcoming-Stars-Call-Ups? Also, glaubt ihr, wir sehen da vielleicht eine Raquel Gonzalez, die aus ihrer Bedeutungslosigkeit von NXT 2.0 herausgerissen wird und dann plötzlich das Main-Roster dominiert, so wie es es am Anfang auch bei NXT getan hat, David? Boah, das ist so schwierig. Das ist genau wie Yoshi, wo du denkst, ja, eigentlich würde es passen, kannst du machen. Aber ob es halt wirklich passiert, ich weiß halt einfach gerade nicht um dieses Standing von NXT 2.0, wie das halt wirklich ist. Und wie ... Ob man die Wrestler und Wrestlerinnen dort wirklich als gleichwertig ansieht oder halt eben nicht. Und da erst mal den Fokus drauf setzt, das Worcester stark zu halten und erst mal da aufzubauen als Basic. Eine Daikota Kai wäre für mich auch noch Kandidatin. Aber es ist einfach Schwärzung, weil ich mir nicht weiß, was man mit NXT vorhat. Deswegen ist dieses Jahr mit Prognosen so schwierig. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Aber ... Ja. Ich finde es super wahrscheinlich, dass man Raquel Gonzalez und noch eine Io Shirai reinschmeißt. Aus einem einfachen Grund, es gibt halt keine 30 Frauen. Im Wumble sowieso, ja. Aber ich meinte halt, ob wir halt hochgecallt werden, das weiß ich nicht. Ich muss aber auch sagen, jetzt Raquel Gonzalez, klar, eine Erscheinung und auch nicht schlecht. Aber letztendlich auch einfach nur eine schlechtere Rhea Ripley. Ich finde, ja, nee. Also, schon anders. Schon anders. Ich finde, da hat man am Anfang sehr viel richtig gemacht. Und mit dem Titelgewinn und mit dem Babyface-Turn hat man danach alles falsch gemacht, was man mit ihr machen konnte. Da hat für mich gar nichts mehr zusammengepasst. Und deswegen ... Ich glaube, auch da ... Aber der Rhea Ripley hat aber mehr Star-Power. Ja, die hat auch ein bisschen mehr Ausstrahlung auf jeden Fall. Aber trotzdem kannst du Raquel Gonzalez gerade über eine Match wie den Rumble natürlich extrem stark darstellen. Wir haben es auch in der Vergangenheit, auch selbst mit der Shayna Baszler gesehen, was man sich ja heute nach dem Booking der letzten Monate und Jahre gar nicht mehr vorstellen kann, dass die auch mal dominant im Rumble gewesen ist. Aber doch, das war die auch mal. Und dann hat sie nicht gewonnen. Schade. Also, mir sind halt ... Ich sag's, wie es ist. Also, mir ist es halt 30 Mal lieber, jemand von NXT gewinnt, irgendwie in Bayley, Alexa oder sonst wie gewinnt, als wenn wir schon wieder Charlotte haben. Also, weil ich muss auch sagen, ich hab heute Morgen, bevor ich SmackDown geguckt hab, dummerweise dann erst mal Facebook an. und dann seh ich so, Charlotte im Rumble? Warum? Ja, sie will sich selber die Gegnerin aussuchen. Was ist denn das für eine Verhohne-Pieplung der Rumble-Regel? Ja, aber es ist Charlotte, die darf das ... Können wir uns bei Wünschen noch ein bisschen erweitern, dass wir einfach sagen, Charlotte muss nicht mehr immer im Main Event sein 2022. Ja, ich sag's nach wie vor, sie ist eine der besten Wrestlerinnen, die wir da bei WWE haben. Das ist zweifellos so. Aber ja, sie ist natürlich auch omnipräsent. Und das Problem ist halt, was Kai ja richtig sagte, egal welches Match wir jetzt ungefähr sagen, außer du nimmst jetzt jemand von NXT, und da sagst du halt, ja, dann gewinnt XY den Rumble. Aber die Paarung hatten wir schon so oft. Die Paarung hatten wir auch schon so oft. Das macht es halt so schwierig. Wenn's von der Logik her gehen würde, würde ich auch sagen zum Beispiel, nutze den Rumble, mach jetzt halt, push meinetwegen dann NXT 2.0, mach eine frische Paarung, indem du halt jemanden von NXT absolut überraschend gewinnen lässt, setz eine Hausmarke, ja, eine Duftmarke, und dann, hm, sieh weiter. Das wär super, aber ich glaub einfach nicht dran. Das ist auch das Problem. Am Pro nicht dran glauben, wo seht ihr, um mal den Sprung von den Damen noch mal rüber zu den Herren zu machen, wo seht ihr in Zukunft die Rolle eines Big E, Kai? Weil wir haben, ist jetzt ein Titel los, eigentlich sollte man sagen, Mensch, der muss doch jetzt noch mal in den Main Event-Regionen weiter mitspielen, aber, na ja, weiß nicht. Also, der wird wahrscheinlich im Rumble antreten, ist ja noch nicht gemeldet hier für das Match, aber ich hab das Gefühl, als hätte man ihn jetzt direkt wieder in die Upper Mid-Card degradiert. Packen einfach wieder zu New Day. Darauf wird's auch hinauslaufen. Wirklich. Also, weißt du, du tust auch so, als wär das irgendwie eine Strafe oder so was, aber der Run war kacke, also, das hat keinen Spaß gemacht, das war langweilig. Sag ja nicht an ihm. Ja, ist doch scheißegal. Denkst du jetzt, wird es auf einmal besser, weil sie ihm jetzt geile Mid-Card-Fäden schreiben? Also. Ich mag manchmal Kai. Also, du weißt, also, wenn sie als Champion für den nix haben, dann werden sie jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr für den haben. Und New Day, klar, das klingt zwar doof, also, aber ich bleib dabei, never change a winning team. New Day war fast immer unterhaltsam. Klar sind die auch jetzt gegen Ende von ihrem Run dann so ein bisschen stale geworden. Olaf hat schon immer gesagt, wir müssen alle Tag-Teams trennen. Und, aber New Day zu dritt ist gut. Auch dazu gibt's den besten T-Shirt. Ja, stimmt. Also, New Day zu dritt ist gut. Und du merkst auch, dass sie zu dritt mehr Spaß haben. Und yo, hier King Woods und so ein Kram, aber Ja, und sie funktionieren ja auch, egal wie schlecht die Storys sind. Genau, also pack die drei zusammen, lass da ein paar witzige Sachen machen. Ist doch vollkommen okay. Also, das find ich tausendmal besser als jetzt so ein Singles Run, weil das ist ja dieses ewige Problem, was mich auch so nervt in den letzten Jahren WWE, dass Tag-Teams immer nur so mittel zum Zweck sind. So, ein Tag-Team ist dazu da, um daraus ein Singles da zu machen. Und das ist ja das Schöne, was ich jetzt im letzten Jahr so ein bisschen bei AW für mich entdeckt habe. Dieses, nee, man kann auch einfach sein Leben lang Tag-Team sein. Und das ist vollkommen okay und cool. Also, und deswegen, lass doch New Day einfach bitte wieder New Day sein. Ja, unterschreibe ich. Aber darauf wird's ja eh hinauslaufen. Du hast ja nicht das Gefühl, dass man jetzt, wie Olaf ja richtig sagt, du hast ja das Gefühl, er ist jetzt in der Upper Midcard direkt gefallen und auch nicht so, ah, der spielt jetzt wieder im Main Event demnächst mit. Nee, der wird jetzt wahrscheinlich dann, wenn er ein Single bleibt, um Midcard-Title dann kämpfen. Vielleicht gegen Damien Priest oder so was, weißt du, aber ... Irgendwie sowas. Oder mal später Money in the Bank gewinnen oder so, aber das war's. Nee, der wird nicht nochmal Money in the Bank gewinnen. Das glaube ich auch nicht. Nein, ich meine, ich meinte halt nur in der Region. Ja. Nee, ich könnte mir jetzt übrigens, um so einen weiten Griff nach vorne zu tun, ich könnte mir Damien Priest als der nächsten Money in the Bank-Sieger vorstellen. Also, ich finde, da macht man derzeit mehr richtig auf jeden Fall, als bei Big E. Wär ist auch nicht schwer. Also, springen wir jetzt gerade schon zu Money in the Bank? Nein, wir springen noch nicht zu Money in the Bank. Ich wollte es einfach nur mal gerade hier angedacht haben, bevor ich es dann komplett vergesse. Mach mal so anders. Was denkt ihr denn, welcher Kerl gewinnt den Rumble? Weil ich hab da ein riesiges Problem, weil meine Kandidaten haben die Titel-Matches. Die sind da schon drin. Ich find die Idee mit Brock Lesnar gar nicht mal so schlecht. Oh Gott. Also, das ist doch genauso eine Scheiße wie mit Charlotte. Auch Brock Lesnar muss doch keinen Rumble gewinnen, um dann Number One Contender zu sein. Also, das ist doch ... Es geht ja nicht darum, was wir wollen, sondern was wir erwarten. Ja, natürlich. Also, ich wollte nur sagen, dass ich die Idee scheiße finde. Ja, aber für alle anderen seh ich da kein Programm. Ja, ich hab ... Ne? Ja, also, ich hab ja gedacht, nicht gewünscht, gedacht einfach nur, dass ein Drew McIntyre das Ding holt, auch wenn ich das nicht geil finde. Aber kann ich mir auch vorstellen. Nur jetzt ist halt die Frage, was macht der Nacken von Drew McIntyre? Ist auch ein Problem. Aber mir geht's da auch so, wie David jetzt ... Ja, so ein Bobby Lashley, hätt ich es gegönnt, ist im Titel-Match. Mensch, dann ... Rawlins muss jetzt nicht zwingend gewinnen, ist aber halt noch ein größerer Name. Ist ein Außenseiter-Favorit immer. Ja, also, wenn ich jetzt einfach nur sage, was Wunschdenken ist, ne, würde ich sagen, können wir bitte einen AJ gewinnen lassen und den mal aus dieser Omos-Kacke da rausholen? Ja, wäre das wirklich ... Er ist nämlich auch auf der Liste. Ja, also, sowas würde ich mir halt wünschen. Aber ... Jetzt, was ich als realistisch empf ... Würde ich, also als realistisch empfinden, würde ich wirklich, wie David sagt, eigentlich dann die, die in den Titel-Matches stecken. Und ich möchte dich Brock Lesnar sehen. Ja, es ist schwierig. Mit AJ könntest du halt ... Da hast du halt direkt eine Feder oder beziehungsweise ein Match, was funktionieren wird. Du holst ihn endlich raus aus dem Loch, in dem er steckt. Nur zu Recht glauben möchte ich auch nicht. Genauso wie ich davon ausgehe, dass dieses Jahr Kevin Owens ein deutlich besseres Standing haben wird bei WWE. Und auch oben mitspielen wird. Aber ich seh ihn halt nicht beim Womble, sondern ihn zum Beispiel bei Man in the Bank. Den hab ich auch auf der Liste. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Der hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Hallo, der soll gefälligst was gewinnen hier. Ja, aber du weißt ja genau, wie oft der Ablauf so ist, vorwiegend so, ja, bevor du den Vertrag unterzeichnest, jetzt wirst du gepusht, wir bauen auf dich. Alles gut, du bist unser Mann. Vertrag ist unterschrieben. Jo, mach mal. Ja, okay, ja. Das stimmt. Aber ich glaub auch, dass Kevin Owens dauerhaft erstmal in der Upper Midcard, Main-Event-Region mitspielt. Und auch der ist ein Kandidat für Money in the Bank. Bin ich auch komplett bei dir. Was sehen wir da doch für Überraschungen eigentlich im Rumble? Also das ist ja auch immer so eine schöne Frage. Wir haben jetzt die Ankündigung von Mickie James bekommen. Kriegen wir da noch mehr Forbidden-Door-Talent, was irgendwie reinkommt? Kriegen wir Forbidden-Door-Matches? Kai, wie siehst du das? Ich hab vorhin schon gesagt, weil Mickie James ist natürlich Impact-Talent, ne? Eigentlich Freelancer. Die hat eigentlich keinen festen Vertrag. Die ist ja bei Impact irgendwie Women's Knockout-Championist oder so. Irgendwann, wenn sie nicht gegen Dionne Porraso verliert. Genau. Ich hab gesagt, wenn wir doch jetzt die Verbidden-Door zu Impact aufstoßen, lass doch Big Cass zurückholen. Der jetzt irgendwas mit W. Murray-C. oder sowas heißt, glaube ich. Ja, genau. Ja, holen wir doch unseren Big Cass zurück. Dann eine Fede gegen Omen. Das ist geil. Boah, geil, Junge. Nur 60 Minuten. Ich bin echt schmerzfrei. 60 Minuten Time-Limit-Draw. Richtig Bock. Nee, aber ... Aber nur Mutton-Wrestling. Nur. Nur High-Flying. Ach nee, also da mal schon ... Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch was anderes holt. Ich glaub, wirklich ... Man geht eher dieses Freelancer-Ding und sagt, oh, Mickie James, so ... Die kennt man doch, das ist ja ein großer Name. Das ist ja so, wie ich glaub, die Bella-Twins und auch Lita sind ja schon angekündigt, ne? Ja. Und Kelly Kelly. Was ist denn eigentlich, mal eine kurze Frage, wisst ihr den Stand, weil es hieß doch, dass Paige noch unbedingt noch einmal in den Ring steigen will. Und eigentlich auch die Freigabe doch jetzt auch haben sollte, oder nicht? Hab ich auch gelesen, aber ich glaube, dass WWE die nicht lassen wird. Okay. Also ist nur eine Vermutung. Also das wäre sonst eine von den Überraschungen, würde ich sagen. Also Paige beim Rumble wäre, glaube ich, ein heftiger Pop. Ja. Ja, das wäre natürlich ... Aber wäre ein geiler Pick auf jeden Fall, David. Also wenn du das irgendwo setzt bei irgendeinem Wettportal, da kannst du auf jeden Fall Geld mitverdienen. Ja, da geht einiges. Man kann leider aus Deutschland nicht auf Wrestling wetten. Ey, hör auf, ich hab grad Bundesliga geguckt. Da ist nur Werbung wegen Sportwetten. Ich glaube, das lassen wir hören. Wie viele Wettportale ist einfach egal. Auf jeden Fall, ich würde super gerne auf Wrestling wetten, weil ich glaube, das wäre eine sichere Einnahmequelle für mich, wenn ich auf meine Leistung im Headlocks-Spiel gucke. Oh. Also, um da noch mal ein bisschen anzugeben, weil ihr seid ja hinter mir, ne? Wie fühlt sich das eigentlich an? Was haben wir denn jetzt eigentlich gesagt beim Rumble, welche Frau gewinnt? Ja, also ... Ich sag, Liv Morgan soll gewinnen. Liv Morgan, glaube ich nicht. Nee. Doch. Die hätte es verdient, aber ich glaube nicht, dass sie es machen. Ja, ja, auch nicht. Und bei den Männern gewinnt Drew McIntyre. Ich sag, Bayley. Ich fände Paige aber auch irgendwie geil. Da hab ich gar nicht dran gedacht. Aber ich fände es geil, aber ich tippe trotzdem auf Bayley. Was ist denn mit Bianca Belair eigentlich? Ja, nochmal. Kann auch was anderes machen. Da hast du halt wieder dieses Haar. Kenn ich doch. Wer hat eigentlich letztes Jahr den Frauen-Rumble gefunden? Das werde ich kurz daraus finden. Ich glaube, da hat jemand geweint. Ja. Jetzt wahrscheinlich. Ja. Aber was sagst du, wer den Männer-Rumble gewinnt, Olaf? Brock Lesnar. Ja, ist auch mein Pick. Was kriegen wir denn sonst noch für Fäden in Hinblick auf WrestleMania? Kriegen wir die Vater-Sohn-Fäde mit Rey Mysterio und Dominik Mysterio? Ja, natürlich. Also, ich geh davon aus, man baut das mittlerweile so lange auf. Es macht ja Sinn, dass man sagt, okay, wir ziehen das so lange und dann jetzt so vor WrestleMania am besten im Wumble. Kannst du es leicht machen. Der eine kostet den anderen was. Dann hast du es schon mal. Ja, ich bin gespannt. Also, das kann ich mir halt auch vorstellen. Ich sehe halt, es ist, wie gesagt, momentan sehr, sehr schwer. Allein dadurch, dass ja auch jetzt innerhalb der letzten Wochen ja ständig die Cards durcheinander geworfen sind. Es ist sehr schwer, da die Prognosen aufzustellen und so die klaren Indizien hier in die Richtung zeigen natürlich, dass wir zumindest, also, dass es sehr möglich ist, dass man das macht. Aber so die restlichen Midcard-Geschichten und Undercard-Geschichten für WrestleMania, da tue ich mich derzeit ein bisschen schwer mit. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das wissen noch nicht mal die Kreativen selbst, was da aktuell ansteht. Ich glaube, da konzentriert man sich gerade sehr stark auf die Main-Storylines und auf die Main-Geschichten, aber alles andere ist da, glaube ich, noch so ... Und selbst da müssen sie umschreiben. Ja, alles andere noch in so einem großen Schuhkarton, weißt du, da wird dann immer mal ausgewechselt oder so. Aber das hatten wir noch nie, ne? Wir hatten eigentlich noch nie, dass man sagt, hey, wir haben noch gar keine Ahnung, was passieren wird. Selbst beim Wumble, dass es einfach so schwierig ist, gerade vorher zu sagen, ach, auf die Fede läuft das hinaus, auf die Midcard-Fede, du weißt das gerade einfach nicht. Es ist schwierig. Auch, Leute, wie setzt man jetzt einen Edge ein in Zukunft? Also, ich glaube jetzt nicht, dass man die Fede mit dem guten The Miz und Maryse und Beth Phoenix, dass man das bis WrestleMania zieht. Das kann ich mir jetzt nach den letzten Wochen nicht mehr so ganz so gut vorstellen, Kai. Wir haben ja schon darüber spekuliert, dass man da vielleicht mehr rausholen müsste. Jetzt, wenn wir schon das Mixtape bekommen, kann ich mir schwer vorstellen, dass man das jetzt noch bis WrestleMania zieht, sondern ich glaube, das bricht man vorher ab. Ja, also da bin ich auch bei dir. Wir hatten ja auch beide spekuliert, okay, die treffen im Rumble noch mal aufeinander. Und eliminieren sich dann vielleicht gegenseitig oder einer den anderen. Und dann eben bei Mania kriegen wir dann das große Match, weil Edge sagt, Mann, mit meiner Frau mal auf einer großen Bühne stehen, hätte ich Bock drauf. Aber anscheinend wird es schon bei Mania gemacht, ach, beim Rumble gemacht. Gut, mal schauen, was wir dann da machen. Ich kann mir noch vorstellen, dass vielleicht beide noch beim Rumble sogar auftauchen. Jetzt aber ohne eine größere Rolle. Ja, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, weil wir ja gesagt haben, ach, ein Edge in so einem Mixtape-Match bei Mania, wäre der nicht ein bisschen verschwendet? Also, mal schauen, was daraus wird. Oder ob man dann sagt, man kriegt bei Mania noch mal Mist gegen Edge, aber alleine in irgendeiner Stipulation. Also, keine Ahnung. Dass Edge sagt, jetzt du, ich hell in a cell. Ich hab noch mal richtig Bock, den Brute und den brutalen Edge rauszuholen. Ich weiß es nicht. Ich glaub, dann bin er TLC. Das Problem ist aber auch, dass dazwischen jetzt noch so unfassbar viele Pay-Per-Views stehen. Also, mit unfassbar vielen, ihr wisst, was ich meine. Aber es ist ja wirklich so, da ist halt noch ein bisschen was zwischen, wenn wir jetzt an die ganzen Sachen denken. Deswegen finde ich es schwierig zu sagen, was da noch kommen kann. Tatsächlich. So ist es ja auch zum Beispiel bei Kevin Owens oder AJ Styles. Da hab ich keine Ahnung, wo die Reise hingeht grad. Echt, wie wir brauchen das, ne? Ich mein halt, meinst du echt, das gibt's dann bei Western Mania? Weißt du, das gibt's nicht vorher. Ich will das nicht bei Western Mania. Ole Miss darf erst mal die Andre the Giant Memorial Battle Royale gewinnen. Geil. Ja, die kann er machen. Und AJ hat ein cooles Five-Star-Match. Ja, irgendwie so. Aber hattet ihr auf der Road to WrestleMania noch irgendwelche Legenden, die da zurückkommen, die ihren größeren Status haben? Also, Goldberg hat angeblich noch ein Match auf seinem Vertrag und scheint auch sehr offen zu sein, hier nochmal zu verhandeln und vielleicht noch mehr Matches rauszuholen. David, wie sieht's aus? Ich mein, The Rock war ewig lang gerüchtet, also den werden wir nicht sehen. Aber, ne? Wie siehst du das? Das ist The Rock nächstes Jahr. Ja, Goldberg wird auf jeden Fall, denk ich mal, bei Western Mania auftreten. Die Frage ist halt, gegen wen? Eigentlich muss er halt dann großen Brocken entgegensetzen. Nochmal Kevin Owens, Rematch. Ja, eben, es wird fantastisch. Freut sich Kevin. Bobby Lashley kannst du halt auch nicht nochmal bringen. Ja, was gibt's denn da noch? Du, Becintyre? Oder doch gegen Roman Reigns, Battle of the Spears. Den hatten wir ja letztes Jahr nicht. Ja, bei Western Mania willst du das sehen. Ja, unbedingt. Goldberg gewinnt den Rumble. Leute! Im Finale gegen Bockless. The most anticipated match. Das wär auch mal der ultimative Shitstorm, oder? Wie wär's denn, wenn wir einfach schon die Knoxville gewinnen lassen? Auf den freu mich im Übrigen sehr. Ich freu mich da unermal drauf. Der soll einfach mal so richtig einen miesen Bump nehmen, wo gut ist. Ja, also ich find das auch mega witzig. Ja, den mag ich. Ach Gott, also ja, ich glaub aber schon, dass Goldberg, also ich hoffe übrigens, dass Goldberg nicht beim Rumble eine wichtige Rolle spielt. Also ich hab grad ein bisschen Angst. Ja, der würde ja extra bezahlt werden. Ein Match hat der noch offen. Aber dass wir Goldberg bei Mania sehen, da geh ich stark von aus. Ja, das befürchte ich auch. Aber kriegen wir noch mehr Legenden, Kai? Hast du noch jemanden auf dem Plan, wo du sagst, Mensch, der könnte noch jemand sein? Wo ich mich ja trotzdem immer darüber freuen würde, natürlich, weil's ja auch letztes Jahr Bock gemacht hat. Wenn jetzt die John Cena Musik angeht, würde ich lügen, wenn ich nicht aufspringen würde, ne? Das würde ich schon irgendwie toll finden. Und ich find auch ein Cena gehört zu einer Mania. Ja, also weil das ist so, da ist doch John Cena. Irgend so einen mittelmäßigen Film kann er noch mal anders drehen. Da kann er doch auch jetzt, also ja, ich weiß, der macht den großen Film mit. Also jetzt bitte nicht böse Kommentare schreiben. Also John Cena würde ich gern bei Mania sehen. Da hätte ich Bock drauf. Okay. Erwartest du ihn aber auch? Klar. Ich fordere ihn. Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde es mir wünschen. Also ich würde es nicht erwarten, aber ich würde es mir sehr wünschen. Okay. John Cena gegen Edge hätte ich mega Bock drauf. Ganz kurz. Aber Legenden ist, glaube ich, dieses Jahr generell schwieriger, wenn die anderweitig irgendwie arbeiten. Also wenn die halt bei Filmen oder so dabei sind. Ich glaube, das Risiko einzugehen, gerade, ja, ich muss ja wieder sagen, wegen Corona, ich glaube, da sind halt in den Verträgen so viele Sachen drin, von wegen, du musst das so und so machen, so und so machen. Da kann man nicht einfach sagen, jo, ich steig mal einfach mit Leuten in den Ring und gucken wir mal. Das stelle ich mir halt schwierig vor. Ich habe mich gerade darauf eingeschossen. Ich will John Cena gegen Edge sehen. Ja, dann kannst du nächstes Jahr gucken. Oh, ich will aber nicht warten. Schauen wir mal. Was sagst du denn, Olaf? Du fragst ja immer. Also sag mal du ein paar Legenden, wo du sagst, ah, mit denen rechne ich. Ich rechne nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass wir hier oder da nochmal, gerade beim Rumble, dass wir da nochmal einen Gastauftritt von jemandem bekommen. Also X-Pack beispielsweise hat letztens eine Ringfreigabe bekommen. Warum den nicht mal reinholen? Jeff Jarrett, den haben wir zuerst bei Game Changer Wrestling gesehen. Er hat offensichtlich Zeit. Warum den nicht nochmal mit reinwerfen? In den Rumble, aber keine größere Rolle. Kann ich mir alles vorstellen, dass man da nochmal was versucht. Aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass wir so den Fokus auf die Legenden gelegt bekommen Richtung WrestleMania. Und ich glaube, das wäre auch falsch zum jetzigen Zeitpunkt. Und deswegen, ich denke, dass wir so den einen oder anderen Legenden-Spot wieder bekommen werden beim Rumble. Aber mehr dann eben auch nicht. Also nicht, dass die hier eine größere Rolle spielen. Bei Goldberg, klar, auch Legende. Aber den haben wir jetzt ja zuletzt noch relativ regelmäßig immer mal wieder gesehen. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass der Richtung WrestleMania noch eine Rolle spielt und hier eben da eben seine Position nochmal einnehmen wird. Ich wüsste aber jetzt auch gerade spontan nicht gegen wen. Also es ist ja auch immer sehr undankbar, gegen Goldberg anzutreten. Irgendwie sieht man ja immer schlecht aus, wenn man da ehrlich ist. Und ein Rematch gegen Lashley zum Beispiel. Die sind ja quasi unentschieden. Das Rubber-Match. Dann machen wir einfach Matt Riddle. Gegen Goldberg. Die haben sich schon so lieb. Ja, genau. Matt Riddle natürlich. Also glaubt ihr, wir kriegen den Split von RK-Bro schon früher? Hör auf, Olaf. Er möchte immer nur splitsen. Er ist so kein Harmoniemensch. Er ist unfassbar. Damit du bist raus. Ja, es ist halt Randy Orton. Mit dem Randy Orton zu taggen, ist ein bisschen mit Kevin Owens zu taggen. Du weißt, irgendwann wird das passieren. Irgendwann werde ich auf den Apron gepowerbombt oder kriege ich in diesem Fall einen AKO ab. Ich glaube schon, dass man hier irgendwie den Split macht. Wäre natürlich auch ein großes Match für WrestleMania. Mania sagt Riddle gegen Randy Orton. Und dann auch Riddle geht over. Um mal vielleicht wenigstens eine Person von NXT mal aufzubauen. Aus den letzten paar Jahren. Also wäre natürlich nicht schlecht. Ich mag RK-Bro. Ich finde es immer noch unterhaltsam. Auch wenn jetzt das Day-One-Match wirklich krass nur nach 15 Raw-mäßig war. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, wir werden dann einen Split irgendwann bekommen. Mania wäre ein bisschen schade früh, aber auf jeden Fall ein großer Moment. Bei Mania gibt es das Match. Ja. Ja, das war unterstrichen. Also ich gehe davon fest aus. Es macht halt, es macht Sinn. Das ist eines der wenigen Sachen, die halt so lange aufgebaut sind, wo du sagst, ja, die Konfrontationen gibt es dann erst an dem Moment, will ich haben. Ja. Ich könnte es mir auch vorstellen. Und das ist, es riecht ja auch immer wieder so danach. Also erstmal dieses, die haben Ewigkeiten, das gebraucht, bis sie dann zusammengefunden haben. Dann, dann sind sie jetzt ein Team. Aber ich glaube auch, dass irgendwann der Punkt kommen wird, wo man eben diese beiden dann gegeneinander im Ring sieht. Und warum nicht WrestleMania? Und wie Kai gerade schon gesagt hat, also dann ist das doch auch eine gute Bühne, um Matt Riddle hier zu präsentieren und ihn da overzubringen. Bin ich komplett dafür. Ähm, ja. Ich bin ansonsten gespannt, also was wir da Richtung WrestleMania noch zu sehen bekommen. Wie gesagt, da haben wir noch weitere Pay-Per-Views in der Mache. Ähm, wie seht ihr es denn global gefragt, ähm, Mid-Car-Titles, Tag-Team-Titles? Wird WWE da irgendwas dran ändern? Wird da eine Gewichtung draufgelegt? Weil derzeit mal das Gefühl so, ja, okay, Damien Priest, der trägt das Ding hier wenigstens sehr dekorativ spazieren. Und da spielt es wenigstens noch eine gewisse Rolle. Shinsuke Nakamura, what the hell? Warum trägt er das Teil überhaupt? Tag-Team-Titles sind immer noch da. Ähm, kommen auch gute Matches immer wieder bei rum, aber ist jetzt nicht der absolute Fokus der Shows. Ähm, David, wie siehst du das? Wird man da was ändern über das ganze Jahr verteilt? Oder ist das weiterhin eher ein bisschen Schmuck und einfacher Fädenaufbau? Nein, also wir werden das nicht mehr sehen. Äh, also was du halt sagst, natürlich haben die eine Aufmerksamkeit, weil du siehst halt die Titel-Matches und die Regentschaften. Aber du wirst halt nicht mehr diese, diese Wertigkeit, wie zum Beispiel Samis, äh, den IC-Belt gab, äh, erleben. Es sei denn, Samis gewinnt ihr wieder. Ähm, bei den Tag-Team-Belt ist das selbe. Also ich, warum, ich meine, wie viele Jahre sagen wir das schon? Von wegen, ah, wäre cool, wenn, warum sollte es denn jetzt anders sein, wenn du halt eh das Gefühl hast, dass, ähm, man den Fokus vor allen Dingen auf diese Main-Event-Stories legt. Also ich sehe halt keinen Grund, daran zu glauben. Ja, ich sehe das wie David. Da, äh, unterschreibe ich. Wisst ihr übrigens, wie lange das schon her ist mit The Mist und Dolph Siegler damals? Ach, schöne Zeit. Fünf Jahre. Ja, das war schön. Aber wir sagen es doch jedes Jahr. Ja. Also es ist einfach, ähm, es wäre super, es würde ja auch einfach, genauso wie Damien Priest, würde es ja helfen, hau da diese Fäden rein, aber es würde nicht passieren. Das glaube ich halt auch. Und ich glaube halt eben auch, weil wir da ja gerade schon drüber gesprochen haben, also beim Tag-Team genauso. Ich glaube auch, dass Tag-Teams nach wie vor eher dazu da sind, um, ähm, bestimmte Talents, Einzel-Talents overzubringen. Ich sehe auch irgendwann Montez Ford da ausbricht aus den Street Profits. Ja, sorry, das ist doch so. Das war ja sogar schon geplant. Er fängt schon wieder an. Ja, ich will mich halt nicht lassen. Aber es ist doch einfach so. Guck dir die beiden doch an, da ist Montez Ford, ist halt ein Star, der wird auch ein Star werden. Und, äh, Angelo Dawkins, ja gut, der ist halt auch da. Ist nun mal so. Kai, oder nicht? Ja, der wird halt kein Star werden. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwie kaum noch ein anderer Star wird. Wer wird kein Star werden? Montez Ford. Glaubst du nicht? Doch, ich glaube das. Nee. Die werden gesplittet, dann wird irgendwann Angelo Dawkins entlassen. Dann merkt man nach zwei Jahren, irgendwie wird das nächste Mal mit Montez Ford entlassen. Was Kai sagt, exakt der Ablauf. Ich glaube, dass man mit Montez Ford mehr vorhat. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube nur, dass es nicht klappt. Okay. Aber wir haben es ja auch schon gesagt, also ich glaube an dem Produkt, wie es jetzt derzeit ist, ich glaube, da wird man nicht mehr großartig was dran ändern. Also wir haben die Marschrichtung, wir haben vielleicht hier und da, ich rechne auch damit, dass wir eventuell noch, gerade bei den Damen haben wir es gerade schon angesprochen, noch ein bisschen Verstärkung aus NXT bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir zum Beispiel jemanden wie L.A. Knight noch haben werden, den wir vielleicht bei SmackDown in einer Midcard sehen. Aber die große Entwicklung bis WrestleMania sehe ich da jetzt nicht mehr. Was interessanter ist, ist, wenn wir Richtung Man in the Bank und dann vielleicht sogar noch weiter hinaus schauen. Also was sind da eure Erwartungen? Ich habe nur eine andere Frage. Okay, dann mach. Bei WrestleMania, das ist nicht Fantasy Booking gemeint, sondern einfach wirklich ernst gemeinte Frage. Denkt ihr, wir sehen ein Walter-Match live bei WrestleMania, weil ich rechne momentan damit. Und zwar um den NXT-Belt. In Afghanistan? Nee. Also wäre cool. Also bei WrestleMania-Wochenende meine ich, ne? Ah, okay. Das ist was komplett anderes. Hallo Titel. Ja, aber im Titel-Match. Sehen wir Walter bei WrestleMania? Ja, also ich meine an dem Wochenende, also um den NXT-Belt. Ja, die Woche danach und so. Also ich glaube, dass wir die Fede Braun-Breaker gegen Walter bekommen werden, um da vorauszugreifen, weil das war ja auch eine Frage, die wir hier gehabt haben. Was wird aus Walter? Der gibt jetzt ja seinen Abschied bei NXT. Okay, wo landet der? Und da kann ich ja gleich mal meine Antwort vorwegnehmen. Ich glaube, der wird jetzt zu NXT gehen. Der wird mit Imperium da als dominantes Heelstable dargestellt werden. Und warum der nicht gegen Braun-Breaker beim WrestleMania-Wochenende bei irgendeinem NXT-Belt? Pay-Per-View, der nicht Takeover heißen wird. Ich würde mir halt, wie gesagt, einen Walter im Rumble wünschen. Ich glaube, das wäre auch ein geiler Moment, wenn da so ein paar Leute aus dem Leben shoppt. Dass wir in der Fede um Braun-Breaker kriegen. Oder mit Braun-Breaker kriegen, glaube ich auch. Ich würde mir auch wünschen, wenn er den Welt gewinnt. Ich habe ja auch noch so ein bisschen die Hoffnung, dass auch ein Walter den Sprung ins Main-Roster schaffen kann. Ich hoffe nur, dass er dann nicht irgendwie so nach zwei Jahren singen und tanzen muss und klatschen. Das wäre ein bisschen doof. Der Walter Soros. Ja, eben. Deswegen habe ich auch gerade an Funke-Ductiles oder sowas gedacht. Funke-Saurus. Funke-Saurus. Ach, Funke-Saurus. Funke-Ductiles waren doch hier die Tänzerin von dem Funke-Saurus. Und er hat anfangs als absolutes Monster begonnen. Und am Ende kam das raus. Ja, Browless Clay damals, ja. Genau. Mit Tänzer zusammen. Irgendwann sehen wir Walter gegen Bognester. Also Ende aus. Ja, also wie gesagt, ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf. Aber also, ich glaube trotzdem, dass jetzt auch so ein Main-Roster-Call-Up von Walter erstmal noch dauert. Weil der war jetzt auch relativ lange bei NXT UK und das wir dann erstmal bei NXT sehen. Was jetzt ja auch war übrigens, wenn wir jetzt, weil du hast schon LA Knight angesprochen, ein Tommaso Ciampa hat ja anscheinend gegen Pete Dunne Dark-Matches bestritten. Also klar, machen ja mittlerweile super viele. Aber ist auch da die Frage, ob man sagt, man bringt einen Ciampa vielleicht nochmal ins Main-Roster auf kurz oder lang in diesem Jahr. Nee. Boah, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das will er selber nicht. Ich glaube halt, der ist zu kaputt für das Main-Roster. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob er da auch diese häufigen Shows und so, ob er das noch mitmacht und ob man das riskiert bei seiner Verletzungsgeschichte. Aber warum sollte er sonst ein Dark-Match vor SmackDown haben? Weil kein anderer da war. Weiß ich nicht. Nein, aber das ist jetzt auch nur eine Vermutung. Es heißt ja nicht, dass es jetzt so eintreten muss. Ich könnte es mir auch vorstellen, dass man ihn nochmal hochholt. Und allein um, da können wir langsam so den gleichen Bogen zu NXT 2.0 rüberspannen, allein um quasi NXT 2.0 noch stärker von dem alten NXT, dem schwarz-goldenen NXT weiter zu trennen. Dass du langsam diese Leute von damals, die man so stark damit karakterisiert hat, dass man die rausnimmt. Weil das wäre ja auch eine Möglichkeit, die Midcard-Welds vielleicht mal interessanter zu gestalten. Ah, das wird nicht passieren. Ich darf doch wünschen. Ja. Die Jugendlichen sind noch. Naivität. Ich darf mir doch wohl wünschen, dass dann mal so ein Champa dann sagt, hier, der US-Belt, der ist richtig meins. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ich darf doch nicht immer nur negative Sachen sagen, wie in den letzten 50 Minuten. Aber du glaubst ja auch schon seit drei Jahren Voraussagen, dass Kevin Owens den Megadurchbruch hat. Nee, ich sage auch noch Punk zurückkommen. Was ist passiert hier? Irgendwann passiert alles. Man muss die Sonne aus dem Arsch scheinen lassen. Also, ich fände es auf der einen Seite interessant, aber ich glaube halt nicht, dass man Chumper ins Main-Roster bringt. Sondern ich glaube, dass man den vielleicht einfach nur mal so probeweise da mal reingeworfen hat. Wir hatten es auch schon in der Vergangenheit, dass Leute Dark-Matches bestritten haben. Einfach so. Deswegen, ich weiß es nicht. Ja, aber ich fände es jetzt nicht verkehrt, weil de facto ist es eben so, dass man braucht auch im Main-Roster und bei Raw und SmackDown frisches Talent. Und man merkt jetzt schon wieder, dass die Paarungen, die man hat, dass das langweilig wird und dass es eben immer schwieriger wird, neue Matches, gerade in der Häufigkeit, in der die Leute dann aufeinandertreffen, zu konstruieren. Das ist das alte WWE-Problem. Und natürlich braucht man dann auch immer wieder ein neues Talent. Moment, dummerweise hat man ja so viele Leute entlassen und dann hat man sich wieder selbst in den Arsch gekniffen. Und mit den Leuten, die man hätte aufbauen können, da hat man auch zu wenig draus gemacht. Oder man hat sie entlassen. Oder beides. David. Oder man hat sie gecallt und dann entlassen. Oder wie sowas. Ja, es ist, ja, was du halt sagst, ist richtig, aber es würde halt nicht zu der Linie gerade passen, die man macht. Man verkleinert ja immer mehr. Ich erwarte eher, dass es halt noch mehr Entlassung gibt und weniger Call-Ups, weil Call-Ups sind teuer. Das stimmt, weil dann gibt es einen neuen Vertrag und so. Ja. Schwierig. Aber möglich ist es natürlich auch, ne? Pete Dunne, glaube ich, würde im Main-Roster nicht funktionieren. Ich glaube, den sieht auch Vince gar nicht im Main-Roster, hätte ich es mir zu klein. Ja, oder den packt man in eine Gruppierung mit Rich Holland und Sheamus, wenn Rich Holland wieder eine gerade Nase hat. Na. Ich weiß nicht. Ja, ich sag ja nur, Stereotypen packst du halt die Typen von der Insel zusammen. Sag ich ja, deswegen krieg ich die League of Nations 2.0. Das hat damals schon funktioniert, das machen wir nochmal nur geil. Ja. Was ist mit Cesaro eigentlich? Hab man nicht letztes Jahr auch mal gesagt, Mensch, hier WrestleMania und jetzt durch und überhaupt? Hat er doch, jetzt gab es einen Alibi-Auftritt. Ja, man kann sagen, ist doch gut. Soll man sich immer freuen. Genau, jetzt sagt man ja, er soll dankbar sein und jetzt hat er dann, ist er wieder in der Battle Royale drin oder so. Ja. Kann wieder eins swingen, 20 Minuten. Genau, du hast dann deinen Moment, das war's, dafür brauchen wir dich. Ei, ei, ei. Also es klingt immer gerade irgendwie so resignierend, aber es ist halt so. Ja, erwartest du was anderes? Nee. Nee. Ich hab noch eine, eine Personalie hab ich noch bei den Damen aber, die ich noch einwerfen möchte, die wir noch gar nicht genannt haben. Was ist denn mit Sonya Deville? Sehen wir die in einer prominenteren Rolle in diesem Jahr? Ja, die wird auch noch GM von NXT. Boah. Ja, also ich sag ja dir, Sonya Deville ist mir scheißegal. Ich wollte gar nicht sagen, willst du das überhaupt? Also, ja, also ich glaub mir die auch gut als größere Nummer vorstellen. Also, weil die bringt vieles mit in meinen Augen. Aber im Ring ja nicht. Ja. Also im Ring, ich kann jetzt kein Mensch sagen, ey, weißt du doch da, da hat die echt abgeliefert. Schwierig. Ich glaub, die Rolle, die sie grad hat, ich glaub, darüber ist sie sehr dankbar. Der ist auch erstmal gesichert halbwegs. Und ja, warum soll sie denn jetzt da raus? Also sie ist doch jetzt präsenter, als sie es vorher war. Ja gut, vorher war sie weg, weil sie gestalkt worden ist. Nein, aber weißt du, ich mein, ich seh halt, das ist so ein Talent, wo ich einfach sagen würde, ja, wenn die jetzt wieder anfängt zu westen, wird dasselbe wieder passieren. Die hat halt kurz nach dem Debüt oder Comeback, hat die dann ihre Fäde, wo die mal kurz im Fokus ist und danach. Dann kann sie froh sein, wenn sie alle paar Wochen ihr 1 Minute 30 Match hat. Hm, hat er recht. Das ist auch so demoralisierend hier. Hatten wir schon unsere Picks für Money in the Bank eigentlich? Noch nicht final. Noch nicht final. Dann fangen wir an, David. Also je nachdem, wer beim Wobble zurückkommt, entweder Alexa Bliss oder Bayley bei den Frauen. Und bei den Kerlen habe ich aufgeschrieben, AJ Styles, Kevin Owens und Fantasy Booking Walter. Aber ich glaube, Kevin Owens macht das. Das würde einfach passen momentan. Man baut ja wirklich mehr auf ihn. Ich hoffe, man zieht das auch durch nach dem Vertrag. Und er wäre dann jemand, der passt vom Charakter her super. Wenn er den Koffer hat, dann weißt du, da gibt es dann gute Promos und irgendwann löst er den ein. Jo, nehme ich. Kai. Also was ich realistisch finden würde, worauf ich auch Bock hätte, wäre eben Kevin Owens. Das würde ich passend finden. Und bei den Frauen? Also ist schwierig, weil ich finde, Money in the Bank macht immer mehr Sinn, wenn es einen Heel gewinnt. Und ich weiß gar nicht, wenn man jetzt wirklich da als Heel sagt, oh, die können es werden. Da könnte ich mir eine Bailey vorstellen, weil sie ja super gut, extrem nervig sein kann. Also sowas dann vielleicht. Okay. Ist ein Match, was gut bei Heels, oder ist ein Gimmick, was gut bei Heels funktioniert. Sonny de Vil ist ein sehr prägender Heel. Und warum dann nicht? Ja, nur halt dann bitte nicht so wie bei Brock Tessner, einfach so. Ich lasse ein Match laufen und am Ende bucke ich mich selber rein. Ja gut, das ist auch ein bisschen schwierig gewesen. Ganz kurz noch mal zu Richtung Zahlen. Seht ihr da bei Raw und SmackDown irgendwelche Peaks oder Einbrüche in eine Richtung? Glaubt ihr, das geht noch weiter bergab, David? Oder bergauf vielleicht sogar? Ja, es hängt halt davon ab, wie man halt die Storys macht. Aber ich glaube, dass man von der Entwicklung her, es ist ja schon ziemlich eindeutig. Ich glaube, diese Entwicklung geht halt weiter, dass es so langsam immer wieder ein bisschen nach unten geht. Es gibt dann diese Peaks nach oben bei den Storys oder Momenten, die halt groß sind. Oder halt auch, wenn du zum Beispiel im Laufe dieses Jahres anfangen würdest, für nächstes Jahr Usamania, The Rock und Roman Reigns aufzubauen, dann gibt es einen Mega-Peak. One year in the making. Ja, sowas in der Art. Aber ich glaube, die grundlegende Entwicklung geht schon die Richtung. Es wäre halt auch logisch, weil du ja siehst, diese junge Zielgruppe, die ist halt nicht so riesig. Und die wird halt auch kleiner. Und die ältere Zielgruppe, die halt die Hauptzielgruppe ist, die bricht ja auch irgendwann mal nach und nach weg. Also, es müsste einfach sehr viel passieren. Aber ich glaube halt im Hinblick auf, ich nehme es vorweg, irgendwann Verkauf, dass der Fokus gar nicht darauf liegt, dass man da jetzt noch großen Peak machen will. Weil die Fernsehverträge laufen ja noch lange genug, als dass man das in der Zeit schaffen kann. Wobei man, nee, stimmt, die laufen bis 2024, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das heißt, man muss auch noch nicht dieses Jahr nachverhandeln, sondern wahrscheinlich eher nächstes Jahr. Okay. Das reicht eigentlich, um deinen Wert halt ordentlich zu pushen. Ja. Kai, wie siehst du das? Ja, also dieses Damokless-Schwert-Verkauf schwebt da ja immer noch ein bisschen drüber. Ich glaube aber auch, dass der jetzt bei den Ratings sich ehrlich gesagt nicht krass viel tun wird. Also ich glaube, dass wir vielleicht wieder eine gewisse Zunahme haben auf The Road to WrestleMania bei verschiedenen Sachen. Vielleicht auch so bei der Show vor dem Rumble nach, dem Rumble vor Mania, nach Mania natürlich. Übrigens auch da würde ich mich sehr freuen, wenn wir dieses Mal wieder eine Raw After Mania bekommen. Also das wäre ganz toll, weil die mag ich dann immer noch sehr gerne. Ja. Aber dass da jetzt so der Mega-Fokus drauf liegt. Wir haben es ja auch schon im Discord letztes Mal so ein bisschen besprochen. Dass es dann heißt, ja, TV-Writing super gut und auch hier die Kernzielgruppe. Aber ich glaube, du hast es ja so geschrieben, Olaf. Es ist dann eben nicht nur, wenn man mit WWE einen Deal macht, ist es nicht nur, das gucken eine Million Leute, sondern die haben Instagram, Facebook, Twitter, generell Social Media, YouTube. Also du hast ja ganz viel, WWE ist ja so überall präsent. Es gibt ja jetzt mittlerweile viel mehr Kennzahlen, als einfach nur X Personen haben eingeschalten. Und auch gerade mit dem Peacock-Deal, genau so heißt es, dass man auch da dann sagt, ja gut, wir müssen hier keine Pay-Per-Views mehr verkaufen. Das ist dann so ein, wie ist das jetzt da so einen coolen Corporate? WrestleMania ist auch kein Pay-Per-View mehr. Ja, ist Live-Premium-Event. Genau, Live-Premium-Event. Das war das tolle Wort. Schön, dass du es dir gemerkt hast. Schöne Grüße an Sie, Frank. Also allein solche Sachen, ich glaube nicht, dass da so krass der Fokus drauf liegt. Also klar, wenn es jetzt mega einbrechen würde, dann würde man irgendwas machen, weil es ja auch dann einem potenziellen Verkauf schaden würde. Legends Night, immer Legends Night. Immer Legends Night. Randy Orton, ziehst du nochmal Ric Flair irgendwo aus dem Wasserhaus? Und Orson ist dann der GM für eine Nacht? Ich wollte es gerade sagen, wir haben es ganz vergessen. Steve Orson soll ja auch bei WrestleMania eine größere Rolle spielen. Aber also, ich glaube, dass jetzt, wie David gesagt hat, der Fokus gar nicht so mega auf den Ratings oder auf der Höhe. irgendwo der Ratings liegen wird. Wie siehst du das? Ich sehe es ganz ähnlich. Ich sehe das eher so, dass das hat sich jetzt an einem Punkt eingependelt, wo sich nicht mehr viel nach oben und unten tun wird. Also klar, vielleicht hier und da mal 100.000, 200.000 nach oben oder unten. Aber ich glaube, wir sind jetzt da an einem Punkt angekommen, wo das keine größere Rolle mehr spielen wird und wo nicht mehr viel passieren wird, glaube ich. Wie seht ihr denn das, wenn wir da noch in Sachen Entlassungen, Skandale, ich bin mir auch sicher, da wird wieder irgendwas auf uns zukommen. Also alles andere wäre nach diesem Jahr absolut absurd. Wir haben eine wunderbare Frage auch heute gestellt bekommen, nämlich zum Thema NXT UK. Also bislang ist NXT UK quasi die einzige Brand, die um Entlassungen oder sonstige Probleme drumherum gekommen ist. Wie seht ihr das für 2022, David? Ich glaube, wenn der Weg da eingeschlagen ist, der ist ja ziemlich eindeutig. Du nimmst halt die Sachen, die Triple H gemacht hat und revidierst die. Das hast du bei NXT gemacht und ich glaube, NXT UK hat halt jetzt einfach nur das Glück, dass die wegen dem Kostenfaktor, der war halt bei NXT deutlich höher als bei NXT UK. Also ich glaube halt nicht, dass die so viel verdienen. Und auch die Veranstaltung selber, die Produktion ist nicht so teuer. Also kannst du sagen, okay, da auf Halde erstmal, aber das wird auch, glaube ich, dieses Jahr dann, ja, kaputt gemacht. Das wird revidiert und ein paar Tannels werden hochgezogen, NXT 2.0. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass NXT UK weiter als Brand stehen bleibt bis zum Ende des Jahres. Das wird halt keinen Sinn machen, weil das ist ein Kostenpunkt, den du leicht streichen kannst, ohne dass dir viel Mehrwert verloren geht. Kai? Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich hatte mal irgendwo gehört, dass NXT UK so einen ganz akzeptablen TV-Deal da drüben hat in UK. Und dass man dann einfach so die Show so ein bisschen, dass sie sich selbst trägt, dass man die einfach so mitproduzieren kann. Weil wenn das nicht so ist, ist es mir wirklich ein komplettes Rätsel, warum man da nicht die Hälfte entlassen hat. Also bei der Schiene, die man jetzt fährt. Ich glaube, die Frage ist ja, wie lange geht dieser TV-Vertrag noch? Also falls es den überhaupt gibt. Wie gesagt, es ist auch wirklich nur ein Gerücht, was ich mal gehört habe. Ich werde es gleich nochmal gucken, nachzuforschen, wenn jemand anderes was erzählt. Aber so viele Leute, wie die auch geholt haben damals, wo die ja quasi High Progress verpflichtet haben. Und selbst wenn es jetzt nicht mega viel Geld ist, aber es ist ja trotzdem ein Kostenfaktor. Und du siehst ja, wie man gerade unter diesem schönen Begriff Budget Cuts gefühlt alles und jeden kündigt. Egal wie viel oder wie wenig er verdient. Ich weiß auch nicht, was man jetzt gerade unter Corona-Bedingungen mit NXT UK noch plant, wenn ich ehrlich bin. Ich bin da mal ein bisschen positiver. Also ich glaube, dass NXT UK das, was der Grund hinter dieser Gründung dieser Brand gewesen ist. Ich glaube, dass das durchaus als Erfolg angesehen wird. Weil im Zusammenhang mit den Partner-Promotions hast du die Möglichkeit, da Talent dran zu binden. Das Talent kann nicht zu anderen Promotions gehen. Du hast gleichzeitig die Kontrolle über den europäischen Markt relativ stark, indem du einfach Leute wegseinst für relativ wenig Geld. Weil die in ihren Heimat-Promotions wenig verdienen, muss man ganz blöd dazu formulieren. Und entsprechend glaube ich, dass das durchaus als Erfolg gewertet wird. Klar, man macht damit vielleicht nicht die riesengroßen Summen, aber man kann im Gegenzug immerhin auch Talent drüber holen. Siehe jetzt Walter, siehe Pete Dunne oder Rare Ripley auch oder sonst irgendwas. Also man hat ja da durchaus die Kontrolle über den Markt. Und ich glaube, das ist was, was durchaus wichtig ist. Und Kai, du hast gerade den TV-Deal angesprochen. Das ist BT Sports, glaube ich, meintest du, ne? Also ich habe hier gerade, genau, BT Sports, irgendwie was mit Channel 5 oder sowas, ne? Genau. Ich weiß aber auch nicht genau, wie viel die dafür gekriegt haben oder wie viel die da verdienen. Aber ich weiß auch, dass da die TV-Produktion, glaube ich, auch über den TV-Sender läuft und solche Sachen. Also das kann durchaus sein. Aber ich glaube, dass das tatsächlich, dass NXT UK so weiterlaufen wird wie bisher. Also wenn es sich dann eben, wie gesagt, halt trägt, dass einfach sagen, ja, das ist jetzt kein Minusgeschäft, da können wir vielleicht noch mal abfahren. Und solange wir da jetzt nicht extra Geld reinbuttern müssen, dann kann das weiterlaufen, ne? Genau. Also die Frage, wie lange jetzt so ein Deal läuft, was da die Sache ist. Ja, aber dein Firmenwert steigt, indem du Kost einsparst, selbst wenn das Plus Minus Null ist. Dein Wert an der Börse, beziehungsweise auch als Unternehmen steigt in dem Moment. Ja, aber was ich mir einfach nur vorstellen kann, ist jetzt mal rein wirtschaftlich gesehen, wenn du das halt eh anstrebst. Du lässt, wenn du einen TV-Deal hast, den Vertrag musst du erfüllen. Wenn der TV-Deal das und das vorgibt, dann machst du das. Wenn es sich eh alleine trägt, ist es etwas, wo du nicht den Fokus reinlegen musst gerade oder Manpower reinstecken, sondern das kannst du jetzt gerade eh bei NXT 2.0 machen, als auch beim Main Wars, da wo du halt, oder auch generell diesen großen Kostenapparat bei WWE, da kannst du tunen. Aber wenn der Vertrag ausgelaufen ist, das meine ich, der Moment, dann ist dann einfach, ich sehe keinen Grund, warum ein Kahn sagen sollte, der vorher eh schon alles rauswirft. Ja, nee, das beigt mir, das trägt sich so. Der wird einfach sagen, nee, warum denn da überhaupt Manpower reinstecken, wenn es halt keine Gewinne erzielt, weil das brauchst du. Was hat denn der Titana mit zu tun? Titana? Oliver Kahn. So. Das ist ein schlechter Wortwitz. Genau. Da können wir den Bogen drüber schlagen zu NXT 2.0. Wo seht ihr denn da die Zukunft? Also ich meine, da ist jetzt das Rebranding, ist gerade vor kurzem erst vonstatten gegangen. Wir haben natürlich jetzt den krassen Cut, auch nicht nur, was das Produkt selber angeht und das Personal, sondern eben auch, was den Staff angeht. Da gab es jetzt ja auch die große Entlassungswelle, inklusive Leuten wie Timothy Thatcher, William Regal, allen voran natürlich, und ganz vielen anderen alteingesessenen. Bitte? Samoa Joe. Genau, Samoa Joe natürlich auch noch hinten dran, ja. Ja, Kai, wie siehst du jetzt die Zukunft von NXT 2.0? Also ich sehe es jetzt eher so, dass man versucht, hier die Marke, die man jetzt neu aufgebaut hat, dass man die weiter schärft und dass man das jetzt einfach als Developmental-Bereich nimmt. Die Quoten sind ja vollkommen okay, das muss man mal sagen. Dafür, was es ist jetzt mit dem Talent, was da ist, ist es eigentlich noch ziemlich gut sogar. Wie sind die Quoten aktuell? Weil, die pendeln irgendwas bei 600.000 plus minus ... Also, viel besser war Black & Gold halt auch nicht, ne? Eben. Und ich glaube, Black & Gold war teurer. Viel teurer. Das ist halt die Sache, also klar, es ist halt Bubble-Meinung. Und ich hab da noch letztens mit Kollegen drüber gesprochen. So, ja, Takeover, das hat ja immer geliefert, das war ja das Beste. Das haben immer alle geguckt und gesagt, so, ja, aber das war halt die Bubble. So, das fanden wir Hardcore-Wrestling-Fans geil, ne? Und so, ja, die haben auch alle Shows ausverkauft. So, ja, aber das fanden wir harter Kern geil, ne? Du hast ja gesehen, dass die dann auch im normalen TV nicht krass was gezogen haben. Das war zwar immer groß, aber das war trotzdem groß Nische. Das war so dieses Indie-Produkt der WWE, was wir alle geliebt haben. Und jetzt ist ja dieser Umschwung komplett fertig. Braun Breaker, neuer Champion. Er hat das alte X von NXT gebraunbrekert. Bei seinem Entrance. Und ich hab ja auch im Discord gelesen, dass viele Leute damit sehr, sehr viel Spaß haben. Das ist ein bisschen quatschig finden. Und das ist ja vollkommen cool. Letztendlich, wenn es Leute abholt, ist doch perfekt. Dann ist es das, was es sein soll. Aber in meiner subjektiven Wahrnehmung finde ich das alles kacke. Ich mag den Großteil der Charaktere nicht. Ich mag dieses unfassbar klischeebehaftete Wrestling nicht mit seinen Charakteren. Und so, das ist der Italiener, das ist der Mafiamann. So, und diese Sachen alles, das sind so Gimmicks aus den 80ern. Ich hab, also ich persönlich hab damit gar keinen Spaß. David, wie siehst du denn hier NXT 2.0? Aus meiner subjektiven Fansicht bin ich komplett bei Kai. Ich kann mit NXT 2.0 nix anfangen mit der Ausrichtung, weil es sich einfach nicht wie das anfühlt, was ich halt gerne gesehen hab bei NXT. Und das war halt auch mitunter die Charakters, die halt eben nicht so waren. Also nicht so klischeebehaftet und Co. Allerdings, muss man auch mal einfach ehrlich sein, der WeBrand ist ja ein Erfolg. Du hast halt den Kostenfaktor extrem reduziert, hast aber weiterhin eine Plattform, um Talents aufzubauen. Oder halt, um auch Talents eine zweite Chance zu geben, sich aufzubauen, siehe Mandy Rose. Mit weniger Kosten, hast aber ähnliche Einschaltquoten. Ja, das ist ein Erfolg. Also, wenn ich jetzt da bei der Jahresraubversammlung sitzen würde, würde ich sagen, yo, ey, Schulterklopfen, da habt ihr alles richtig, richtig gut gemacht. Wo die Reise hingeht, hm, ich weiß es nicht, weil einfach auch vorher die Tatsache, was passierte mit halt Kevin Koss oder Co., also mit den Namen, die du aufgebaut hast, dann im Main-Woster, nutzt du das jetzt wirklich aus, um halt Leute aufzubauen und dann hochzuziehen? Oder nimmst du das halt eher als dritter Brand, der halt sehr günstig ist, der halt aber wirtschaftlich sehr gut funktioniert, wie er ist? Und dass du halt eher, also, andersrum, ich sehe die Chance momentan höher, dass ein Talent runtergeschickt wird, was heißt runter, das klingt doof, aber dahin geschoben wird oder im bekannter Namen mal da auftaucht, als dass halt viele Wrestler von dort in die Main-Shows kommen. Ich glaube, das wird auch noch dauern, bis man da wirklich den Call-Up-Hammer schwingt und sagt, du, lieber Braun Breaker, du gehst jetzt nach oben, das wird wahrscheinlich einer der Ersten sein, aber ich glaube noch nicht, dass das in diesem Jahr sein wird, sondern die sind ja alle noch absolut grün. Ich finde, das sieht man ja auch in den Matches, gerade wenn die nicht mit den absolut erfahrensten Wrestlern im Ring stehen, merkst du halt schon, dass da zwar Talent da ist, aber dass eben da auch sehr viel Unerfahrenheit noch zugegen ist und das vorherrscht. Und deswegen, glaube ich, wird man da erstmal mit den Call-Ups abwarten. Wir sehen es jetzt ja bei AJ Styles, lass den mal hier gegen einen Grayson Waller fäden. Wir haben es auch natürlich gesehen bei Braun Breaker, der direkt mit Tommaso Ciampa und Johnny Gagano und keine Ahnung, wem alle Fäden und Matches abliefern durfte. Das ist ja auch clever, weil nur so lernen die jungen Leute ja auch was. Also, da hat man sich natürlich auch schon was bei überlegt. Und ich sehe es auch so, also ich glaube, dass man bei NXT 2.0 die Marschroute, die man jetzt zuletzt eingeschlagen hat, die wird mal weitergehen, weil das läuft ja und man merkt ja auch, dass hier und da die Akzeptanz auch steigt für das Talent. Also gerade Braun Breaker sagen ja sehr viele, ja, das ist jemand, der hat das auch schon verdient, verdient in gewissem Maße in dieser kurzen Zeit, so prominent dargestellt werden zu dürfen, weil der auch sehr viel mitbringt. Klar, wir werden auch viel Fallobst haben, wir werden auch Wrestler haben, die durchs Roster fallen, durchs Raster, nicht durchs Roster, aber sowohl als auch wahrscheinlich. Aber ihr wisst, was ich meine, es wird auch immer wieder Rebrandings geben, Wrestler, die aus dem Programm rausgenommen werden und dann wieder neu verpackt werden, da gehe ich ganz fest von aus. Und genauso gehe ich auch fest davon aus, dass da nicht jedes Talent absolut den Sprung nach oben schafft. Aber ich glaube, dass man da auf einem, für das, was es sein soll, richtigen Weg ist und auf einem vernünftigen Weg ist. Man möchte nicht mehr dieses Indie-Produkt sein, man möchte nicht mehr dem Hardcore-Wrestling-Fan hier was anbieten, man möchte in eine andere Richtung gehen, ist vollkommen okay. Aber man muss natürlich auch damit rechnen, dass man dann eben nicht mehr alle Zuschauer abholt. Bis jetzt zeigt sich das in den Quoten noch nicht, das muss man ganz klar sagen. Also da ist kein Riesenunterschied. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, New Year's Evil mit 685.000 Zuschauern. Vollkommen passable Quote für das, was das Produkt ist, wenn man sich überlegt, wer da im Ring steht und was dieses Produkt jetzt eigentlich darstellen soll. Obwohl natürlich New Year's Evil eine größer aufgebaute Show gewesen ist mit Walter, mit AJ Styles, mit Riddle und so weiter und so fort. Aber ich muss auch da sagen, dass es mich nicht 100% abholt. Bin ich auf jeden Fall ganz engar bei euch. Aber ich glaube, damit können wir das Projekt hier auch abschließen, was NXT 2.0 angeht. Lass da mal einen kleinen Blick in Richtung AEW wagen. Und klein, nachdem wir so lange über WWE gesprochen haben, bin ich gespannt, wie lange wir darüber quatschen werden. Erstmal fangen wir mit der TV-Situation, würde ich sagen, an. Weil da hatten wir natürlich jetzt den Wechsel von AEW Dynamite, von TNT zu TBS. Wir hatten 1,02 Millionen Zuschauer, 0,43 in der werberelevanten Zielgruppe. David, du bist ja unser Ratingsmensch normalerweise und ich weiß, du interessierst dich da sehr für. Ich habe gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe eher so eine 1,2 Millionen erwartet. Und innerhalb der Zielgruppe, der werberelevanten Zielgruppe, ist das absolut in Ordnung und gut. Aber ich finde, dass so die Gesamtzahl ein bisschen wenig ist. Ist natürlich noch nichts, woran man jetzt das Produkt oder auch hier den Run beurteilen kann. Aber was ich von dir will, ist natürlich eine Prognose. Wo geht es hin? Das weiß ich nicht. Das ist schwierig. Ich muss halt sagen, diese 0,43 in der werberelevanten Zielgruppe, das ist halt schon gut, finde ich. Weil es war halt das beste Waiting in der Zielgruppe seit Oktober. Also es gibt schlimmere Starts. Aber ich kann TBS nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie viele Leute der Sender wirklich erreicht, die halt ein grundlegendes Interesse haben könnten. Oder auch wie viele jüngere dieser Sender erreicht. Deswegen weiß ich es nicht. Ich würde halt einfach sagen, wo die Reise hingeht, wissen wir. Wenn der Wumble vorbei ist wahrscheinlich. Ende Januar, Anfang Februar, dann weißt du das ein bisschen einzuschätzen. Wichtig ist erst mal, dass man, ja, diese eine Million, das ist für mich immer der Break-Even-Punkt. Den musst du im Grunde genommen etablieren. Und das Ziel sollte sein, und ich rechne auch damit, dass man irgendwann im Laufe des Jahres es hinkriegt, dass man nicht mehr unter dieser Marke fällt. Das wäre schon ein riesiger Zugewinn. Ich glaube einfach nicht, dass Waitings so schnell explodieren können bei einer doch so kleinen Zielgruppe, wenn man ehrlich ist. Also Westing ist halt nicht die riesigste Zielgruppe und das musst du etablieren. Aber wenn du eine Million geschafft hast, wenn du die immer einschalten, dann hast du in der werberelevanten Gruppe ja eben so ein Waiting oder halt ein besseres. Also ich erwarte schon eine Steigerung, aber jetzt nicht so einen gewaltigen Sprung oder so. Weil, warum? Da müsste halt schon Gewaltiges passieren und John Cena da auftauchen, der gegen Undertaker wrestled oder so. Glaube ich nicht. Aber das ist auch nicht der Plan, glaube ich, hinter AEW. Ich glaube, AEW muss wachsen, aber mittelfristiger Erfolg ist das Ziel. Und ja, so wie wir letztes Jahr halt gesagt haben, na, werden die mal eine Million knacken und so weiter oder wie oft. Und so ist es halt jetzt, ja, die müssen über eine Million bleiben. Jetzt nicht direkt, aber so im Laufe des Jahres, dass sich das rauskonstellisiert. Ich glaube, dann hat man schon sehr viel richtig gemacht und dürfte sehr glücklich sein. Klar, die eine Million ist auf jeden Fall eine magische Grenze. Ich habe trotzdem so ein bisschen mehr erwartet, gerade auch mit dem großen Aufbau von Hangman Adam Page gegen Brian Danielson. Und insgesamt fühlt sich das jetzt ja wie eine große Premiere an und hat ein bisschen was gefehlt. Kai, wie siehst du das? Glaubst du, man wird hier gerade auch in der werberelevanten Zielgruppe langfristig Raw ablösen? Langfristig meine ich im Jahr 2022? Ich glaube schon, dass es sehr häufig eng wird, dass man da mal so mal die, mal die, mal die, dass man sich da eher nähert. Und das sogar vielleicht dann auch mal für einen gewissen Zeitraum AW die Nase vorne haben wird. Weil es gab ja auch schon so gegen Ende 2021 mal so ein paar knappere Sachen, wenn ich da nicht komplett falsch liege. Oder Sachen, wo es dann auch hieß, wo es auch selbst zelebriert wurde. Ja, in der einen Stunde und da haben wir sie geschlagen und sowas. Das wird ja auch sehr breit getreten dann natürlich, solche Sachen. Und gerade heutzutage, wo Deutschs da immer mehr darauf achten, wird da auch dann, glaube ich, das sehr häufig verglichen. Und wenn dann AW mal vorne liegt, wird man es ganz krass mitbekommen. Und dann wird da nochmal mehr drauf geschaut. Also ich glaube schon, dass AW da den ein oder anderen Sieg in der werberelevanten Zielgruppe definitiv abstauben wird. Da gehe ich fest von aus. Und ich bin da jetzt mal gespannt, wie sich dann auch generell die Einschaltquoten entwickeln. Ob sich vielleicht Dynamite auf TBS dann Raw annähert. Dass vielleicht TBS ein bisschen steigt, Raw nochmal ein bisschen fällt. Was es da so ist. Weil ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn mal irgendwann eine Woche ist, wo es dann heißt, übrigens AW bessere Zuschauerzahlen als Raw gehabt. Weil dann wird ja auch, also, dann werden ja auch die Dirtjes wieder explodieren bis zum Gehtnichtmehr. Toni Kahn wird eskalieren vor allem auch. Ja gut, das sowieso. Wie auf Twitter, weil er einfach eine sehr, sehr dünne Haut hat. Ja. Dünnes Fell, sagt man. Ich glaube, dünnes Fell. Man muss aber, glaube ich, auch alles ein bisschen in Relation stellen. Ich meine, ein bisschen mit der Erwartungshaltung. Wir sind halt jetzt gewohnt, ja, guck mal, die waren jetzt schon so nah an Raw oder haben meinen Weg auch einmal geschlagen. Wenn man halt realistisch sieht, 2021 ist man mit 600.000 ins Jahr gestartet. Jetzt haben wir eine Million. Das ist eine Steigerung von fast 100 Prozent. Das ist schon eine krasse Entwicklung. Auch vom Standing her. Also das ist wirklich ein riesiger Sprung. Letztes Jahr haben wir gesagt, ja, komm, gegen NXT, da der Vergleich, selbst da war es ja auch nicht mal so leicht. Und dann hat man die geschlagen und dann hat man einfach irgendwann im Laufe des Jahres hat man sich auf über eine Million mal eingesprungen. Dann ist man wieder leicht drunter. Aber trotzdem, es ist halt ein gewaltiger Sprung. Also ich weiß halt nicht, was man, oder andersrum, ich erwarte gar nicht jetzt eine Steigerung innerhalb von einem Jahr von 200 Prozent jedes Jahr. Das ist unmöglich. Das schaffst du nicht. Als was? Aber so, wenn es 80 Prozent oder so von Anfang des Jahres zum Ende des Jahres ist, das ist schon eine heftige Steigerung. Da wäre ich in jedem Unternehmen happy mit. Das stimmt natürlich. Ja, wir werden es sehen. Aber ich glaube auch, dass man diese eine Million, das sollte so das feste Ziel sein, was wirklich dann für jede Ausgabe von Dynamite angepeilt werden sollte und alles darüber. Ich glaube, da ist man sehr zufrieden mit. Und ich glaube auch, dass wir da diverse Male im Jahr, das ist jetzt meine Prognose, diese Meldung bekommen werden. Dann AW Dynamite schlägt Raw in der werberelevanten Zielgruppe. Da gehe ich sehr, sehr fest von aus. Und damit können wir dann, glaube ich, auch zum Talent kommen. Ich habe das hier mal ein bisschen anders strukturiert als in dem WWE-Blog. Sondern ich bin so ein bisschen nach den Champions gegangen. Weil wir befinden uns auf dem Weg zu Revolution, der Pay-Per-View und generell der Showkalender ist natürlich ganz anders aufgebaut als bei WWE. Wir haben diese klassische große WrestleMania, wo alles zusammenkommt. Die haben wir ja bei AW gar nicht, klar. Wir haben sowas wie Double or Nothing. Aber ganz so krass ist es eben nicht, wo man schon am Anfang des Jahres quasi darauf hinfiebert. Lieber Kai, du und David, ihr habt im Match of the Week nochmal über Page gegen Danielson gesprochen. Und ich muss dich das mal fragen. Erstmal, wie siehst du das Standing von Hangman Adam Page? Wie lange bleibt er Champion? Und wie geht es jetzt mit dem Belt und mit der Story weiter? Dadurch, dass AEW so selten Pay-Per-Views hat, finde ich das immer sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ich glaube, dass auf kurz oder lang Punk oder MJF ins Title Picture irgendwann eingreifen werden. Einer von beiden. Mein Problem ist, weil ich dann nachgeschaut habe, okay, wann ist Revolution? Habe gedacht, ja, irgendwo so Mitte Februar. Habe dann gesehen, yo, 6. März. Und habe mir gedacht, ah, weil Punk, MJF müsste man ja schon bei Revolution bringen. Ist ja ein großes Match. Aber sind da noch irgendwie zwei Monate, die du überbrücken musst bis dahin? Also kriegt dann Hangman irgendeinen, ja, so einen Zwischengegner für Revolution? Wo wir dann auch überlegt haben, ich glaube auch da, wo du nicht im aktuellen Match of the Week, was man natürlich sehr gerne hören kann. Ne, sollte, muss, würde ich schon fast sagen. Bei Patreon und Steady, wie die ganzen tollen Leute, die dann Jahresbegliedschaften abgeschlossen haben. Ne, also macht's diesen tollen Leuten nach. Aber da haben wir auch schon überlegt, ja, wie ist es denn jetzt, weil Hangman Adam Page gegen Brian, krasse Leistung, heftige Matches, Stunde Draw, dann jetzt dieses Blutbad-Unmatch. Die Frage ist aber, wie schlägt er sich eben gegen einen Gegner, der nicht so ein heftiger, emotionaler Anker ist, wie ein Brian Danielson. So wie ist es, wenn er dann gegen jemand, in Anführungsstrichen, normaleren kämpft? Weil er hatte jetzt ja, so, das Match gegen Omega, das war ja auch emotional aufgeladen. Ja. Mit Brian Danielson, gut, der bringt halt auch super viele Augen auf dieses Match natürlich, ne, unabhängig davon, dass es da um den World Championship geht. Die Frage ist aber, wer kommt jetzt und wie schlägt sich dann Hangman gegen den und wie ist die Aufmerksamkeit dann für diese Paarung? Und da weiß ich's noch nicht. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass, vielleicht wird sogar ein MJF dann irgendwie den Titel von einem Hangman abnehmen, im Laufe des Jahres. Nicht bei Revolution, aber so irgendwann Ende des Jahres vielleicht, so September, Oktober, mal schauen, was da so kommt. Nur jetzt direkt den nächsten Gegner. Ich weiß es nicht, wie man da nimmt. Damit, wie siehst du das denn? Ja, das ist unser Problem. Hast du einen Gegner in der Tasche? Nee, eigentlich nicht. Aber die Frage ist halt, machst du ... Nee, andersrum. Der normale Gegner, der eigentlich sein müsste, ist für mich MJF. Aber der ist in der Fede mit CM Punk, die mir auch sehr gut gefällt. Und die Frage bei den beiden ist für mich eher, hauen die das wirklich beim Pay-Per-View raus, was logisch wäre, oder was AEW auch mal gerne macht, das bei einer Dynamite-Folge. Und das Tempo der Storyline geht für mich eigentlich schnell genug, dass man sagt, man macht das vorher. Ja, das ist auch mein ... Also, in Anführungsstrichen Problem. Weil das Match ist so groß, dass es Pay-Per-View würdig ist. Dass es beim Pay-Per-View stattfinden muss, ganz klar. Frage ist aber, zwei Monate sind noch ungefähr acht Shows Dynamite. Da geht einiges. Das ist sehr, sehr viel. Und das Problem ist, Promo, jetzt bei der letzten Dynamite, war sehr gut, mega viel Spaß gemacht. Promo davor von Punk. Ich hab's schon dir auch im Vorgespräch gesagt. Die war so gut, ey. Das war die beschissenste Punk-Promo. Dies gab bei AEW, meiner Meinung nach. Die war kacke, die war inhaltslos, das war gar nix. Und ich hab jetzt da vielleicht so ein bisschen die Angst, dass man dann irgendwann merkt, die spielen hier grad auf Zeit. Ja, muss mal gucken. Also, wenn's ... Andersrum, wenn's AMGF nicht wird, oder wenn die Punk-Fäde vorher nicht beendet ist, hab ich keine Ahnung wer. Das ist jetzt nicht schlimm, aber man hat halt genug Zeit, um bis dahin jemanden aufzubauen. Normalerweise hätte ich auch gesagt, Adam Cole kannst du auch schnell reinwerfen, aber der ist in einer anderen Fäde, die mehr Sinn macht. Das ist übrigens das Problem, was ich habe, mit diesen dummen Wins and Losses. Weil sich da ja auch jemand dann bei Discord aufgeregt hat. Ja, wieso hat denn jetzt ein MJF verloren, so ist die seine erste Niederlage? Diese Records. Ich bin großer Fan von so Statistiken. Ich mag das ganz gerne. Aber das Doofe ist, man darf die halt nicht wichtiger machen, als sie sind. Die sind wichtig, wenn sie wichtig sein sollen. Und wenn sie nicht wichtig sein sollen, sind sie auch egal. Das ist immer so ein bisschen das Problem dabei. Weil, das ist ja so, wie David gesagt hat, letztendlich muss Adam Cole sagen, Leute, ich geh jetzt mal ganz kurz, ne? Ich kämpf jetzt mal gegen Hangman. Also, man kann sich nämlich nicht immer nur darauf dann irgendwie oder daran dann aufhängen. Weil letztendlich kannst du auch sagen, weißt du, ey, irgendein Name, ne? Der kämpft jetzt gegen Miro als Beispiel. Wo du auch sagst, ja, aber warum denn jetzt gegen den? Die anderen sind ja gerade besser. Das ist immer so ein bisschen das Problem mit den Records. Das ist richtig. Und vor allen Dingen, also Adam Page können wir uns schon darauf einigen, dass der halt gegen Heal kämpfen wird. Der kriegt nicht jetzt einen Face als nächsten Gegner, weil er wird ja jetzt quasi vom Standing her immer weiter aufgebaut. Ja. Und vielleicht kriegen wir auch noch mal gegen Daniel Bryan. Ich weiß es nicht. Bryan Danielson? Entschuldigung, Bryan Danielson. Ich hab's gemacht. Ich hab's schon wieder gemacht. Gegen Bryan. Wir sind halt Anfang des Jahres. Ich weiß halt nicht, die Win-Lost-Wackers, was man jetzt vorhat, ob man jetzt irgendjemand, das hat man bei AEW auch schon mal gemacht, das hat man einfach über die nächsten drei, vier Monate, äh, Monate, drei, vier Wochen aufgebaut hat und auch richtig gepusht hat und auf einmal kam der in den Fokus. Jetzt gerade seh ich noch keinen Gegner, aber ich denke, dass Adam Page den Titel beim nächsten PPV noch nicht verliert, aber beim zweiten wahrscheinlich. Was ist denn, wenn auf dem Weg zu Revolution Ed dann zwischen Wardlow und MJF knallt und man dann irgendwie so ein bisschen da die Streiterei zwischen den beiden mitnimmt und Punk dann mitmischt und dann einfach Wardlow gegen Hangman kämpft, weil man sagt, ja, kann er halt machen. Oder ein Three-Way oder sowas, ähm, auch möglich, aber Wardlow seh ich noch nicht in der Region. Nee, auch nicht, aber... Da fehlt mir was. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben natürlich auch noch ein paar Leute, die nicht dabei sind aktuell und das sind sowas wie Kenny Omega, wenn der wieder fit ist, ähm, und ein Jon Moxley fehlt auch noch. Momentan möchte ich mit den beiden nicht planen, die sollen sich auf jede Art und Weise auskurieren. Aber Moxley steigt jetzt ja schon wieder in den Ring, ne? Also der hat doch jetzt hier das Match bei dem einen Ding da angekündigt im Januar. Bei GCW, weil er war das, oder? Ja. Also das ist jetzt ja, dass er jetzt ja schon wieder aktiv ist. Ja, wenn er fit ist, ist er auf jeden Fall eine Gefahr, die du schnell hinstellen kannst. Also Adam Page braucht da so eine Gefahr als Gegner. Das Problem ist, äh, bei der Sache zum einen, äh, Omega, ich, ich möchte dann Unisputed Era gegen Elite sehen, ne? Also auf den neuen Namen können wir ja gleich noch kommen. Ähm, also ich möchte Era gegen Elite sehen. Und sachlich wird es von mir aus auch in fünf großen Matches. Scheißegal. Richtig Bock drauf. Richtig Bock drauf. Ähm, Und gegen Moxley ist noch ein bisschen das Problem, weil David ja auch sagt, der muss gegen Heal kämpfen. Ich glaub, gerade jetzt durch diesen öffentlichen Umgang mit dem, ähm, ja, Rehype-Hilfe-Programm, was er da eben gemacht hat, ähm, Ja, aber das kriegt Moxley schnell hin. Ja, aber der wird jetzt ja nicht ausgebucht. Nein, aber Heal muss ja nicht ausgebucht sein, weil er sich einfach healisch verhält. Der muss halt, äh, Adam Page braucht einen, der halt unfair, oder der halt eine richtig fiese Gefahr darstellt. So wie Dallin Byrne halt, Moxley stellst du hin, das ist erst mal eine Hürde, die du überwinden musst. Also ich find Moxley nicht verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Darf ich da auch mal, ich spinne jetzt grad mal wieder rum. Wen willst du wieder trennen? Jurassic Express. Genau. Er haut jetzt erst mal wieder Kenny Omega rein. Nee, 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 nee. Wir haben doch, ihr habt gerade den Punkt, den Punkt Alkohol hier mit reingebracht. Wir haben John Moxley, der gerade frisch aus der Rehab kommt. Oh, guter Mann. Ne? Und wir haben, und wir haben Adam Page, der gerne mal einen trinkt. Und auch ein Problem damit hatte. Genau. Und das könnte man als echte Grundlage verwenden, damit Moxley ein Motiv hat, um hier zu attackieren und um nach den Titeln zu gehen. Und Adam Page, der natürlich seine Position dann verteidigen muss. Also du sagst, es ist 2009, CM Punk gegen Jeff Hardy bei SmackDown All Over Again machen. Nee, so krass nicht, aber halt von wegen, ey, lern aus meinen Fehlern, du Depp. Ja. Ich wollte nur den. Aber ich, ey, Olaf ist ein guter Bucker, ich würde das nehmen. Ja, find ich nicht verkehrt. Ich dachte jetzt irgendwie, jetzt kommt wieder so ein Klischee-Gimmick. Oh, John Moxley kommt als Klempner zurück oder sowas. Das ist Müllmann. Müllmann, bitteschön. Ja, aber nehmen wir das doch. Das ist doch nett. Aber ja. Und danach konnten dann gerne MJF einreifen. Ja. Also ja, das war ein guter Team-Effert. David hat John Moxley reingebracht, Olaf eine gute Idee und ich hab's abgesegnet. Erpufft. War doch eine gute Teamleistung. Aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Adam Page jetzt noch nicht sofort den Titel verlieren wird, sondern, also ich sag mal, zweite Jahreshälfte. Ja. Ja. Okay. Dazu hat er jetzt einfach, die Fede mit, Brian hat einfach zu sehr geholfen. Ja. Kommen wir zum Jurassic Express. Da haben sich ja schon alle Heal-Tag-Teams aufgereiht so ein bisschen und haben gesagt, hier übrigens wir, ne, hallo, hier, wir. Ray Phoenix zum Glück nicht, offensichtlich zumindest nichts gebrochen, sondern nur ausgekugelt und auf eine ganz perverse Art und Weise verdreht. Was ein Wunder ist. Ja. Das ist wirklich ein Wunder. Es war das, es war eine der widerlichsten Szenenverletzungen, die ich jemals im Wrestling gesehen habe. Ich hab keinen Screenshot geschickt. Nee. Ich hab's mir dann angeschaut und ich hab's im Magazin schon gesagt. Ich hab dann, ich hab's vorher gelesen und es war dann wirklich so schlimm, weil ich hab dann da gesessen so, okay, es kommt gleich irgendwann Tablespot und ich will's aber eigentlich nicht sehen. Ich will's nicht sehen. Und dann kam der Tablespot und so, nein, das war viel schlimmer, als ich mir gedacht hab. Ja, ganz schlimm. Gute Besserung an der Stelle. Kai, wie geht's für den Jurassic Express weiter? Ich fand's ein bisschen schade, dass das Ganze so ein bisschen überschattet wurde von der Ray Phoenix Thematik. Ja. Das ist blöd, das ist passiert, ne, das ist Wrestling. Weil ich bin ganz, 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 ganz doll happy, dass Jurassic Express die Bels geholt hat. Weil ich lieb die. Ganz so, ich find die mega zusammen. Und wenn du die splittest, splitt ich komplett Headlock. Also, ne? Ich will dir gar nicht so glücklich. Ich sag nur für Ausblick 2025 oder so was, ne? Ich merke dir. Also, ich find das super toll und ich find's geil, dass die Bels haben. Ich stell mir da viele gute Matches vor, auch wenn ich sagen muss, das Titelmatch auch schon vor der Verletzung war nicht so gut. Das war nicht so rund. Da waren viele Sachen drin, die haben nicht gepasst so von, vom Timing her. Aber ich hoffe hier, die kriegen gute Fäden, die kriegen gute Matches, also weil an Qualität hapert's ja nicht. Muss jetzt aber auch nicht, ehrlich gesagt, wieder FTA im Title Picture sehen, ne? Also, dass man, das Problem ist, du hast da Tech-Teams drin, nur so, wo du sagst so, okay, das sind ja so die Main-Event-Tech-Teams, da fehlst du ein bisschen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die dann vielleicht gegen das neue, alte House of Black-Fäden, dann eben mit Brody King, heißt er, glaube ich, und Malakai Black, dass er dann vielleicht so ein bisschen da seine Rolle findet, aber auch da, dass er dann die Bels behalten, weil ich wünsche mir hier eine lange Regentschaft, ich mag die super gern, also, ja, und erhoffe mir coole Matches. David, du als alter Skaldipaler, was ist denn eigentlich mit Darby Allen und Sting? Wird man die jetzt auch in die ... Willst du jetzt fragen, ob man die splittet? Nein, wird man die irgendwie hier in die Titelgeschehnisse mit einbinden? Nein. Never ever. Also, ich finde, Sting hat auch da nichts zu suchen, ich glaube, der sieht sich auch da nicht. Der ist undefeated. Dafür ist aber die Qualität zu hoch vom Tech-Team-Wrestling. Ich wollte gerade sagen, es passt halt einfach da auch nicht rein, auch nicht für das, wofür der Welt halt steht. Genau. Du bist da ein Jungle Boy, einen jungen Kerl. Nein, 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 nein. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, das möchte ich auch nicht sehen. Was ich eher denke, dass es erst mal so eine Übergangsfäde gibt. Ich habe halt immer Küschchen im Hinterkopf, dass eigentlich Jurassic Express halt mehr als zwei sind. Dass du, ein bisschen Küschchen als Sprachohr, kann ich mir gut vorstellen, dass die gegen Man of the Year stehen. Da halt, ja, ich sage jetzt nicht, dass ich die sehen will unbedingt, aber ich kann es mir halt logisch vorstellen. Genauso wie halt ein anderes Trio, der halt mit Private Party und mit Hardy als Sprachohr. Also, ich kann es mir halt momentan vorstellen, dass du halt einfach ein Heel-Tech-Team gegenstellst mit einem Sprachohr und da gibt es das Ding, wo einfach Jurassic Express gewinnt das und gut ist, haben die Fäde in den Sack und Pack und danach kommen irgendwann im Laufe des Jahres mal Santana und Otis rein. Was denn mit den Bugs? Hätte ich auch ganz dolle Bock drauf. Frage ist halt, wie lange Kenny Omega braucht, ne? Weil ich will Error gegen Elite haben. Also, also noch nicht. Errmann Lauf des Jahres ja, aber noch nicht. Ja, ja, klar. Also jetzt nicht sofort, wenn er wieder da ist. Aber ich will, dass es da so erst zusammen und dann kriselt, sondern ein bisschen wie so eine Awkward-Family, die sich irgendwie so zu den Feiertagen trifft und man merkt so, ja, irgendwie gehören wir alle zusammen, aber so komisch ist es schon und so. Und dann so ein bisschen wie bei Armus Deutschland richtig Drama rein. Ja. Armus AEW. Genau. Aber damit, ich finde es ganz interessant, was, dass du hier Santana und Ortis reingeschmissen hast, weil meiner Meinung nach laufen die beide gerade viel, viel zu stark unterm Radar für die Qualität, die die mitbringen und weil du auch angesprochen hast, ich will, du willst ein Heel-Tag-Team gegen Jurassic Express haben. Ich würde gerne sehen, wie Santana und Ortis im Verlauf des Jahres Heel-Turn, dass die wieder die alten, harten Jungs werden und dass die wieder brutal werden und eine große, größere Rolle spielen. Damit rechne ich sogar. Ja. Die müssen ja auch nicht die Bösen Heels sein, sondern einfach nur die Bösen Heels. Also die einfach knallhart sind und das kannst du ja gut machen. Also der Inner Circle, die kannst du ja so darstellen. Ja. Also nee, das sehe ich kein Problem drin. Ich sehe auch, dass die, oder gefühlt würde ich einfach sagen, da ist das immer ein bisschen rosa-rote Brille, dass die mit Absicht gerade unterm Radar schwimmen, aber die kriegen jetzt deutlich öfters wieder Matches. Das ist für mich so ein Indikator-Fing, okay, man hält die jetzt gerade warm, holt die in Erinnerung, um dann irgendwann diesen Bang-Moment zu haben. Also das war auch, glaube ich, nach der Match of the Week, da hat man da wirklich ein lautes Streitgespräch über Santana und Ortiz. Oh, was er mich alles genannt hat, ne? Ja, selber schuld, wenn du dumme Sachen sagst. Ja, du Hoden-Kobold. Genau. Nee, weil ich habe dann auch gesagt, ja, Santana und Ortiz sind unfassbar talentiert, aber die sind mir persönlich viel zu langweilig. Und damit meine ich nicht, das Ringwork, weil das ist super stark, aber die kommen halt raus, haben ein geiles Match, aber ich weiß nicht, was die von mir wollen. So. Genau. Und das ist mein Problem, ich habe gesagt, so, ja, die sind krass, aber ausschallungsmäßig sind die mir scheißegal. Ja, und was sagte ich dir? Gib denen eine Story, dann pack das. Ja, ja, und da habe ich ja auch gesagt, okay, klar, aber das haben sie jetzt eben nicht. Und ich habe gesagt, du musst die halt ganz klar aufbauen, weil einfach nur mit coolen Matches sagst du, ja, kann ich gut gucken, aber du willst ja auch emotional drin sein. Und wenn sie es schaffen, die beiden dann wieder interessant zu gestalten und dann gegen Jurassic Express stellen, habe ich da auch mega Bock drauf. Mir fehlt eben nur dieses, was wollen die, wofür stehen die, was machen die, außer coole Matches. Das ist so ein bisschen, das war ja das Problem, was ich hatte. Ja, dafür brauchst du halt einfach eine Story. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Was ich mir auch vorstellen könnte, weil wir haben viele Heal-Tag-Teams, die so ein bisschen, ich sage mal so, so Mid-Card-Heal-Tag-Teams plus FDR, die so ein bisschen höher noch natürlich eingeordnet sind und die Young Bucks, die sehr weit oben sind, aber die gerade oder auch für längere Zeit, glaube ich, erst mal aus dem Title Picture rausgehalten werden sollen. Was ich mir vorstellen könnte, um wieder mal Fantasy zu booken, Jurassic Express, verteidigen, verteidigen, verteidigen und sagen irgendwann so, hier, wir machen eine Open Challenge. Wir haben eigentlich alle geschlagen, machen eine Open Challenge. sind ein bisschen übermütig vielleicht auch dann an dem Punkt und dann kommen die Briskos raus von Ring of Honor und die dann als Heal, als Redneck Heal kommen rein und schlagen den Jurassic Express und damit beginnt dann quasi der Wiederaufbau des Jurassic Express und gerade dann Jungle Boy, der dann vielleicht erst mal in ein Loch fällt. Ach so. Also ich mag Olaf als Booker mittlerweile immer mehr. Also gegen Briskos hätte ich nichts. Ja, aber nur bis zu dem Punkt, weil das ging jetzt wieder so in die Richtung, ja, da muss ich Jungle Boy alleine finden. Ja, der will wieder alles finden. Ja, ja. Aber das Ding ist doch, das Ding ist doch der Star hier im Team, das ist doch auf lange Sicht, das ist doch Jungle Boy. Ja, klar, auch altersmäßig ist auf lange Sicht Jungle Boy. Aber die muss ja trotzdem nicht splitten deswegen. Nee, will ich auch gar nicht. Aber ich glaube, dass der Fokus stärker auf Jungle Boy liegen wird auf der Charakterdarstellung von Jungle Boy als auf dem Luchasaurus. Zum Beispiel, weil er ja auch diese Entwicklung schon jetzt in 2021 hatte, dass er immer härter wurde und wenn er halt, sagen wir mal, die Briskos vermöbeln, das wäre halt nochmal ein Grund, okay, mach ihn noch härter. Ja, also besonders, wenn du wirklich auch sagst, die Briskos, die sind ja nun mal super asozial, die Typen, dass die noch so ein Jungle Boy komplett zu Brei schlagen. Also allein solche Sachen, wenn er dann daran wächst, das wäre keine verkehrte Sache. Anderes Tag Team, womit ich, muss ich sagen, auch sehr, sehr starke Rechner, was wir sehen werden, sind die Hardy Boys. Jo. Also wir kriegen, ich will nicht, 100%ig Jeff Hardy bei AW und ich glaube nicht, dass man da irgendwas Heftiges und Krasses macht, aber ich glaube, dass die eben, nicht mal vielleicht ein Title Run, aber dass die nochmal so zwei, drei vernünftige Matches bekommen, wo du sagst, damit kann man vielleicht auch mal aufhören. Ja, die können gegen House of Black dann fehlen. Was, was sind das? Wäre komplett Psycho, was sie dann abdrehen können. Ja. Kann er sich auch so? Ja, nee, nee. Ach Gott. Mann, auch immer dieses kryptisch sein, einfach nur um irgendwie was Mysteriöses zu machen, ne? House of Black, kann man auch mal sagen, ist auch schon in erster Linie Kacke. Also, meiner Meinung nach. Das ist ja wirklich Müll, um jetzt mal richtig in die Vollen zu gehen. Nein, das ist eine richtige Hodengruppe. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir nochmal, auch wenn es schwierig wäre, natürlich, ne? Aber aufgrund der Historie könnte ich sogar vorstellen, dass wir bei AW nochmal die Young Bucks gegen die Hardy Boys kriegen. Kann ich mir auch vorstellen. Das wäre als Nitsch. Ja, allein, weil das wird ja auch ziehen, das hat ja auch damals große Wellen geschlagen. Bei Ring of Honor allein schon, ne? Genau. Und ich sehe es auch so, dass wir 2022 auf jeden Fall die Hardys bei AW bekommen werden. Gehe ich fest von aus. Bin ich komplett bei dir. Ja. So. Wollen wir noch was zu den Tag Teams sagen? Nö, das ist immer durch. Nö. Okay. Jetzt kannst du nicht mehr splitten. Warte mal ab, da haben Tag Team die Vision. Nein. Wir haben natürlich noch den TNT-Title. Da wird jetzt ja quasi, ja, in der Nacht, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, da wird dann der Interimschampion ja ausgefochten. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Cody natürlich der amtierende TNT-Champion bleibt. Interimschampion, da gehe ich jetzt mal von aus, wird Sammy werden. Das heißt, wir bekommen hier erstmal eine Fede der beiden, weil es auch irgendwo logisch sein wird. Wie seht ihr die Stellung des TNT-Titles dann im Verlauf, David? Erstmal bin ich sehr froh, dass er wieder bei Cody ist. Weil ich fand, Samys Regentschaft war halt nix. Da fehlt halt einfach die Story und du brauchst halt diesen Titel mit Story, um daran halt Leute pushen zu können. Und gerade jetzt, wenn es die Fede gibt, dann zwischen Cody und Sammy. Mir gefällt Codys Charakter total. Ich weiß, vielen geht er auf den Keks, aber ich, er ist halt mit das Interessanteste, wo ich jedes Mal mehr wissen will, okay, wann kommt die Heal-Ton oder welche Eigenschaft brauchst du dir jetzt mehr einen in deinen Charakter? Also, ich sehe den TNT-Champion Belt erstmal so, dass der durch Cody wieder mehr Reputation kriegt. Ob Sammy den gewinnt, weiß ich nicht. Logisch wäre es, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn Cody den erstmal länger hält, um halt dann seinen Heal-Turn durchzuziehen mit zeitgleichen zeitgleichen Titelverlust und dann hast du halt eine Fliege mit zwei, nee, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Eine Fliege mit zwei Klappen. Das ist nicht sehr effektiv. Nein, aber ich möchte Cody, also ich fand die erste Regentschaft von ihm schon cool und die zweite nehme ich gerne mit. Die kann auch ein bisschen länger dauern. Kai, wie siehst du hier die TNT-Regentschaften? TTT? TTT. Cody-Matches sind gut, aber holen mich persönlich nicht ab. Was mich jedoch abholt, ist der Cody-Character momentan, denn ich habe Bock, dass man mit dem so einen richtig abgefuckten Anti-Helden aufzieht. Nach dem Motto, der kämpft unfair, der verhält sich unfair und ist aber so komplett delusional, dass er immer sagt, hier, ich bin doch euer Typ, was findet ihr mich denn nicht geil? Und alle buden ihn aus und er sagt, hier, ich bin doch der Held, ich bin der geile Typ, aber verhält sich immer asozialer, kämpft immer asozialer, immer dreckiger, macht immer härtere, fiesere Sachen und wird dann halt so ein bisschen immer kranker im Kopf. Da hätte ich ein bisschen Bock drauf. Dass er dann so, dass er so eine richtig schön abgefuckte Richtung geht, so ein richtiger Anti-Held-Character und dass der dann irgendwann den Belt von so einem richtig geilen Face, wo wir alle sagen, jetzt hauen um, den Titel abgenommen bekommt, aber das ist nicht Sammy Guevara, weil ich bin komplett bei David, ich mag den, der ist talentiert, aber die Regentschaft war stinkelangweilig und was den Cody-Character angeht, ich glaube, mit so einer ganz geilen Entwicklung kann man auch noch mal viel Aufmerksamkeit auf den TNT-Championship ziehen. Ja, vor allem kannst du damit halt junge Wessler pushen. Also stell da mal wirklich so Babyfaces hin und dann besiegt er diese Babyfaces in seinen Augen clean, aber eigentlich war es halt nicht so clean, sondern war halt hielisch und irgendwann kommt dann halt dieser Jungspund, Anführungszeichen, der es dann schafft und dafür ist der Belt da und ... Jungle Boy! Nee! Nee, ich weiß, ich weiß, overhyped ist es nur, aber ein Beispiel, so ein Hook, stell den dann gegen Cody, lass den verlieren, aber lass den dann einfach profilschärfen oder du kannst auch mit Orange Cassidy gegen Cody eine Fede machen. Orange Cassidy ist für mich so durch. Meine Erwartung ist, dass der mir dieses Jahr nicht mehr um den Sack geht. Also ich bin ja ein großer Fan von dummen Witzen, die sich wiederholen, aber wenn ich irgendwann mal sag, ist auch mal gut, dann weißt du, du hast ihn ausgereizt. Nee, ich erinnere halt an die Fede gegen Jericho, da hat mir der Cassidy sehr gut gefallen und gegen Cody wäre es halt ähnlich von der Konstellation her und da kann er halt nicht der lustige, spaßige sein und ich finde, was man halt jetzt gerade macht, man soll Cody den Titel länger halten, Charakterwerk für ihn und halt um andere Characters wiederum seine Gegner zu stärken und weiterzumachen. Lass ruhig eine längere Grenzschaft haben, dass mit der Fall des Kings dann umso schöner ist. Und vorher zeigt er noch den Pedigree. Den wird er zeigen. der zeigt den irgendwann. Dieses Jahr wird er zeigen und zwar bei seinem Heel-Turn, bei seinem schlussendlichen. Aber Triple H ist nicht der Heel, Triple H ist Papa. Also er wird ihn auf jeden Fall zeigen und ich bin, wie gesagt, bei Kai. Ich finde den Charakter cool. Die Matches sind nicht immer das Beste, aber er ist vor allen Dingen jemand, der den Titel gut tragen kann. Wie siehst du das denn, Olaf? Ich bin da dabei. Ich finde es jetzt auch erst mal ganz erfrischend, dass Cody hier den Titel gehalten hat. Ich muss nicht noch mal, oder dass Cody den Titel hält. Ich muss auch jetzt nicht noch mal wiederholen, was ihr gerade gesagt habt. Ich sehe die Konstellation sehr, sehr ähnlich, einfach weil der Cody-Charakter gerade genau in diese spannende Richtung geht und du brauchst einen Babyface, was du dagegen stellst. Was gut ankommt. Und tatsächlich kann ich mir da einen Jungle Boy vorstellen. Oder man macht es hinterher dann eben auch so, dass Cody hier sehr überraschend den Titel verliert durch jemanden, der neu in die Promotion kommt und der ihn da vielleicht abräumt. Und da werbe ich hier mal so einen Namen wie Keith Lee zum Beispiel in die Runde, weil der beliebt ist, der würde reinkommen, der verpasst ihm einfach die Powerbomb, Powerbomb, Spiritbomb und dann ist das Ding gelaufen, weißt du? Und dann ist Cody da komplett desillusioniert vom Desillusioniertsein. Ich habe meinen Titel verloren in acht Sekunden, ihm schadet es nicht. Wir haben es bei Brody Lee schon damals gesehen, wo er auch sehr kurz und knapp das Ding verloren hat. Entsprechend nur wieder Fantasy Booking, weil ich gerne Keith Lee bei AW sehen würde und ich finde, da würde er ganz gut reinpassen an der Stelle. Eine Sache, was wir vergessen haben bei den Tech-Teams. Ich kann mir auch vorstellen, dass Jurassic Express gegen Red Dragon fadet. Das finde ich auch nicht unwahrscheinlich. Ja, irgendwann. Weil ich es auch nicht verkehrt fände, wenn dann irgendwann wieder so, wie war es? Keine Ahnung. Ich nenne es die Jagd nach dem Gold. Ich deutsche es einfach ein, dass dann die Anisput-Era sagt, hier, wir holen uns nochmal die ganzen Bels. Also Red Dragon, Tag-Team-Champions und dann Adam Cole über einen TNT-Champion. Ja. Fände ich auch nicht verkehrt. Möglich ist das. Aber ich glaube, dann haben wir trotzdem auch den TNT-Title, glaube ich, ganz gut abgefrühstückt. Wegen Zu- und Abgängen wollte ich gleich nochmal mit euch drüber sprechen. Und ich glaube, an der Stelle können wir dann auch zu den Damen wechseln. Und ich habe jetzt hier einfach mal die beiden Damen-Titel so in einem Rutsch zusammengepackt. Einmal Britt Baker natürlich als amtierende AEW-Damen-Championess und natürlich dann Jade Cargill als neu gekrönte TBS-Champion. Ich glaube, das Problem und die Herausforderung bei AEW besteht weiterhin. Wir müssen schauen, dass wir für die Damen brauchen Pendants und wir brauchen vor allem auch die Stories, um die Damen entsprechend zu positionieren. Oder, David? Wir brauchen vor allen Dingen starke Babyfaces. Also ich finde, darunter leidet man aktuell. Man hat es auf jeden Fall geschafft, im letzten Jahr das Worcester zu verstärken und auch mit dem Turnier, was ich wirklich gut fand, hat man es auch geschafft, da mehr Profil reinzukriegen. Jetzt auch zuletzt gab es dann noch die mit Bunny und Penelope Ford und Tay Conti. Tay Conti gibt man mehr Profil und Bunny ein bisschen auch, Penelope Ford auch. Man ist auf dem richtigen Weg, aber es fehlen halt wirklich diese starken Babyfaces, weil Britt Baker ja eigentlich ein Heel ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Wer sie ein Face, wäre, glaube ich, alles kein Problem. Aber so bleibt halt nicht viel. Außer halt eine. Und das ist Thunder Rosa. Also das ist, glaube ich, das Match, worauf jeder, der sich freut oder das auf jeden Fall haben will. Du willst diese Konfrontation zwischen ihr und Thunder Rosa haben. Das ist die natürliche Gegnerin. Was ich halt auch gerade gut finde, ist, dass du eine Serena Deep mehr aufbaust. In der sehe ich halt viel. Ich sehe die super gerne im Ring. Hikaru Shida hat auch Profil dadurch gewonnen. Aber generell, ich glaube, 2022 sollte das Worcester trotzdem noch weiter aufgefüllt werden. Das ist wichtig. Also aktuell, ich sehe bei Britt Baker, wenn du mich fragst, welche Gegnerin als nächstes für Champion ist, ist es halt nur Thunder Rosa. Danach ist erstmal nichts. Ja, Ruby Soho haben wir natürlich jetzt auch noch. Nee, die ist für mich erstmal raus. Aber die ist doch jetzt vermobbt worden hier, hallo? Ja, aber ich meine vom Standing her. Die ist es für mich, vom Standing her, ist die einfach komplett raus. Also ich fand sie im Rund, im Turnier auch nicht gut, muss ich ehrlich sein. Ich glaube auch, eine Ruby Soho wird im Laufe des Jahres irgendwann irgendwas ändern müssen, weil du merkst, dass die Reaktion, sagen wir mal so rum, es war halt bei ihr sehr leise. Ich glaube, da hat man diesen Anfangs-Buff gehabt, aber danach muss jetzt irgendwas kommen und die ist jetzt eher für mich so eine Kandidatin, die im Laufe des Jahres wieder Anlauf nehmen muss. Also die ist aus dem Fokus bei mir erstmal komplett raus. Und bei Jade Cargill? Da finde ich, soll man The Bitch Show erstmal gut durchziehen. Man soll sie pushen, dahingehend, dass sie halt eine sehr dominante Titelträgerin ist. Die soll halt auch ruhig alles erstmal platt machen, was da entgegenkommt, weil ich glaube, nur daran kann die auch wachsen. Du siehst bei ihr eine Entwicklung, aber das ist halt immer noch eine langsame Entwicklung und du siehst halt einfach, dass sie noch nicht so lange dabei ist. und gibt ihr halt diese Matches, wo sie immer länger wrestlen muss und gegen Gegnerinnen, die halt mehr drauf haben. Da zum Beispiel sehe ich eine Hikaru Shida als sehr gute Gegnerin irgendwann, wenn die aus der Fäde mit Simona Deep raus ist. Und ja, dann erstmal Dominanz zeigen und dann irgendwann wirklich nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, dann kann sie den Titel verlieren. Aber die wird das erst mal tragen müssen. Kai, wie siehst du die Damen-Division? Ich finde sie immer noch ein bisschen schwach besetzt, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt auch gerade das Finale von dem TBS Title Tournament, das war auch nicht so ein gutes Frauen-Match. Das war irgendwie ein bisschen unsauber, ein bisschen bocci ist das Problem. Klar, da ist auch noch die Verstärkung jetzt in der Women's Division durch Mercedes Martinez, was aber auch egal ist Signing ist, wenn man mal knallhart ist. In der Ruby Soho damit hast du auf jeden Fall der Women's Division geholfen. Das ist eine talentierte Frau und du hast ja auch gesehen jetzt, was dann letztens in diesem Two-on-Two-Hardcore-Match da mit dem Bunny, Penelope Ford, hier Ty Conti und NRJ waren es, glaube ich, nochmal für Augenmerk draufgelegt wurde, dass da auch was geht. Klar, weil es ein bisschen billig einfach die Hardcore-Karte gezogen und gesagt, mach mal brutale Sachen, dann reden die Leute drüber. Aber es war gut. Aber wollte ich gerade sagen, hat halt geklappt. Emotional und so, ja, das schon, ja. Was will ich sagen? Ich finde trotzdem, dass da noch so ein bisschen was an Talent fehlt und würde mich auch wirklich sehr freuen. Auch wenn man ja sagen muss, es wurde halt nicht entlassen, sondern wollte ja auch selber gehen. Von daher erst mal alles in den Griff kriegen, was dann so die Sache angeht. Da ging es ja auch, glaube ich, um Burnout oder so ein bisschen Mental-Health-Probleme. Ich würde mich aber super freuen, eine Toni Storm bei AW zu sehen, weil die Frau ist unfassbar talentiert. Und ich glaube auch, dass man die gut reinschmeißen kann. Also auch wenn ich jetzt überlege, einen Britt Baker gegen eine Toni Storm, das wären, glaube ich, fantastische Matches. Also mir fehlt es da noch so ein bisschen an krass Main-Event-Material. Deswegen tue ich mich auch schwer zu sagen, dass jetzt Britt Baker irgendwie nahezu auf den Titel verliert, weil ich da jetzt noch nicht weiß, wen man da nehmen sollte. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also ich bin auch bei David, Thunder Rosa sehe ich da als die Boss-Gegnerin, so im klassischen Sinne. Und ich hoffe auch, dass man hier noch ein bisschen, ja, Verstärkung nachschiebt auf lange Sicht. Und du hast gerade Toni Storm angesprochen, bin ich auch dabei. Und ich hoffe auch, dass wir Athena beziehungsweise Amber Moon als bald bei AW sehen. Die war auch eine gute Verbesserung, Verstärkung für AW. Und die hat jetzt auch schon die ersten Termine wieder bekannt gegeben. Also ich glaube, die wird auch auf jeden Fall auf dem Radar von Toni Kahn sein. Und ja, Jade Cargill, nicht die beste Wrestlerin, habe ich tausendmal gesagt, hat aber einen echt krassen Look. Und ich glaube auch, dass genau das, was David gerade gesagt hat, muss man machen, dominant darstellen und dann eben gegen eine erfahrene Gegnerin, an der sie sich dann aufreiben kann. Und ich glaube, Nika Roshida zum Beispiel wäre da eine gute Gegnerin auf jeden Fall. Aber alles steht und fällt letztlich dann auch mit dem Aufbau der Damen-Division und auch mit dem Stärken der Charaktere, die wir da haben. Wir brauchen da weiterhin Story, 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 Character Work, damit du da wirklich auch dieses emotionale Investment, dass das da mit reinkommt. Das hat man bis jetzt, wie ich finde, bei Britt Baker sehr gut geschafft. An mancher anderer Stelle auch. Bei Nika Roshida und Deep. Genau den Weg musst du halt gehen. Dieses wirklich persönliche, dieses, ja, einfach, dadurch feilst du ja am Charakter. Du gibst dem Profil, man, Nika Roshida ist ja wirklich, das ist nicht die, äh, ja, die Bombe in Sachen Ausstrahlung und so dergleichen oder Mick Work, aber die funktioniert in der Fede. Ja. Die kriegt dadurch einfach ein Profil und das musst du machen, aber, äh, was er halt sagt, ist das Wichtigste, man muss halt trotzdem noch ein, zwei Wrestlerinnen oder drei mal dazu packen. Ja. Und eben auch fertige Wrestlerinnen. Also da reicht's dann auch nicht, dass du jemanden aus den, blöd formuliert aus den Indies holst, auch wenn's keine, relativ wenige klassische Indies noch gibt, aber ihr wisst, was ich damit ausdrücken möchte, sondern da musst du wirklich jemanden holen, der was schon mitbringt und der wirklich auch schon, äh, ein entsprechendes Standing hat. Auch die jungen Frauen, die vielleicht auch etwas unerfahrener sind, die dann auch wirklich noch zu Top-Leistungen hier zu ziehen. Das ist eben dann so die Herausforderung, die ja daran besteht. Ähm, der letzte Titel, den wir noch haben, ist der FCW-Belt. Den hab ich einfach mit reingenommen und das eigentlich auch vor allem, weil ich Ricky Starks mag. Und ich hoffe, dass Ricky Starks, also ich bin ja wieder am Splitten, aber ich finde, dass Ricky Starks im Team Taz, der ist eigentlich sowas Höherem bestimmt, äh, Kai, oder? Also ich find, der strahlt halt irgendwas Besonderes aus, wir sagen immer so Rock-Vibes und so, aber glaubst du nicht auch, dass dieser FCW-Belt dem eher so ein bisschen so ein Hindernis ist? Also ja, also gerade durch, durch die ganzen geilen Rollis, die er da trägt, hat er ja auch The Rock-Vibes von dem legendären Bild. Ähm, ich, ich muss sagen, ich hab jetzt zu wenig in der Zeit von Ricky Starks gesehen, um den jetzt krass einzuschätzen. Ich kann nur sagen, das, was ich von ihm sehe, ich merke, dass er ein gewisses Charisma hat, aber mir ist er jetzt noch egal. Also da gibt's andere Leute, die mich viel mehr interessieren als ein Ricky Starks, aber das ist auch jetzt die Wahrnehmung von jemandem, der erst seit August wirklich drin ist. David, da musst du hier die Kohle aus dem Feuer holen. Ja, ich bin bei Kai. Ich, ich sehe halt in Ricky Starks, ich sehe ein Grundpotenzial, ja, aber ich sehe halt weiterhin nicht dieses Mega-Star-Power-Feeling, was du halt bei ihm hast. Ähm, der, der Titel ist halt einfach nur egal, muss man ehrlich sagen. Ich, ich denke, was es jetzt erstmal geben wird und was auch beiden helfen wird, wäre es halt Ricky Starks gegen Dante Martin. Ja, das wäre halt logisch von der, von der Storyline und Ricky Starks hat ja, ähm, einfach eben das noch nicht gehabt, was, was er halt braucht. Das sind halt Storylines natürlich. Er war halt in Storys involviert, aber immer als Teil eines Teams und ich gebe zu, ich bin halt ein bisschen skeptisch noch, ob er als Einzelwesterler dann halt durchstarten wird oder nicht, aber das wird man sehen, sobald das passiert, was du so gerne hast, ein Split. Split, Split, genau. so muss das sein. Ja, ich bin, der Meinung, dass er auch, vor allem, dass mit dem Titel los wird. Also ich finde, das, das hilft ihm nicht und dieser Titel hat auch einfach jetzt keine Bedeutung innerhalb der Shows und so und das stört mich. Ich könnte mir auch erstmal vorstellen, dass man den Film auch erstmal dann, wenn da den Titel los ist, lass den doch ruhig mit, mit Powerhouse Hobbs auch ruhig eine Zeit lang teamen. Und doch, um die ganze Splitten. Immer Splitten. Das ist immer die Lösung. Nee, klar kannst du ja machen. Dann hilfst du beiden. Ja, eben, aber Hauptsache auch da wieder Zeit, Personality, all das, was irgendwie mit dazu gehört. Ich finde es aber interessant, dass wir bis jetzt natürlich auch gar nicht die ganz, ganz großen Namen, also die ganz großen Neuverpflichtungen hier angesprochen. Also CM Punk haben wir so ein bisschen angerissen. Was wird denn eigentlich aus Brian Danielson und auch zum Beispiel Chris Jericho, den wir jetzt auch wieder gesehen haben, der jetzt mit Daniel García und 2.0 hier unterwegs ist. Was wird denn aus denen, Kai? Jericho soll mit Eddie Kingston fäden und dann geile Promo-Duelle abliefern. Da habe ich ganz doll Bock drauf. Und ja, aber Punk, also ich glaube schon, dass er dann irgendwann nochmal vielleicht so ins, in irgendein Title Picture wird er eingreifen. Die Frage ist jetzt aber, wer gewinnt die Fäde, MJF oder CM Punk? Und ich muss sagen, das wäre ein unfassbarer Push für MJF, weil dieser Sieg über CM Punk wird ja so stark zu dem MJF-Charakter passen, dass er damit auf Jahre angeben kann. Also der kann ja so viel rausziehen und MJF gegen Hangman ist halt das Ding. Auf der anderen Seite, klar, MJF ist noch super jung. Also der wird noch ein paar Jahre da sein. Das finde ich so ein bisschen, deswegen kann ich das jetzt schlecht einschätzen, wenn man jetzt da den Sieg gibt und wie und also davon ist es ein bisschen abhängig. Wie gesagt, Jericho, Eddie Kingston, Promo-Duelle, bitte. Und bei Danielson tue ich mich ganz schwer, weil ich nicht weiß, was er jetzt macht. Also ob sie jetzt wirklich nochmal sagen, wir stecken ihn doch nochmal gegen Hangman, dass er dann irgendwie jetzt wieder ein bisschen sagt, oh, das war ja alles unfair und ich hatte Blut im Auge, ich habe nichts gesehen. Ob man da jetzt was macht oder ob er jetzt einfach sich durchs Roster wrestelt und Leuten das Gesicht eintritt. sodass er sich da irgendwo eine neue Feder raussucht. Ich finde, das ist immer eine gute Lösung. Ja, also weil das kann ich jetzt schlecht einschätzen. David, wie siehst du die Rolle von Brian Danielson? Ich hasse dich. Entschuldigung. Meine Frau sagt das aber auch mal. Okay. Ich hasse dich. Direkt Wolle in den Knick. Weißt du, der will nur, dass wir uns splitten. Stark verwandelt. Gibt einen Heetern. Ja, ich weiß auch noch nicht, was sie mit ihm machen. Bin komplett bei Kai, wenn sie ihm ein drittes Mal, also Triologie gegen Adam Page einpacken, jo, passt es. Ansonsten, irgendwann wird es, denke ich mal, dieses Jahr das höhere Match zwischen zwei Deggern geben, Brian Danielson gegen CM Punk. Das sehe ich schon dieses Jahr irgendwann. Gegen wen er fehlen wird? Ja, ich weiß es nicht. Das wird einfach kommen, vielleicht Debbie Allen. Weil du brauchst auf jeden Fall, so wie du Brian aufgebaut hast, brauchst du ein richtig starkes Babyface. Warum denn nicht? Also ich würde es nehmen und einen Grund kriegst du schon hin, einfach ins Gesicht treten. Und CM Punk selber, der wird früher oder später auch irgendwann mal im Titelgeschehen mitkämpfen. Und zwar dieses Jahr irgendwann, es hat ja einen Grund, warum halt er als auch MJF das so in Promos erwähnen. Das machst du nicht ohne weiteres. Und das ist halt ein Anteaser, dass beide darin mitmischen werden. Vielleicht gibt es sogar ein Triple-Sweat-Match, wo wir dann beide gegen den Titelträger kämpfen. Ich weiß es nicht, aber früher oder später wird er es machen und er wird auch zwischendrin andere Fehlern haben. Ich kann noch nicht sagen, wie es ausgeht. Aber ich finde, CM Punk und Brian Danielson haben auf jeden Fall ihre Rolle gefunden. Und die, die sie haben, die passt. und da kannst du halt viel draus machen. Und Chris Jericho, finde ich, ist da, wo er gerade ist, auch richtig. Der wird nicht mehr im großen Titelgeschehen mitwirken, sondern ich glaube, er kann sich da schon selber einschätzen, dass er halt eher für die Emotionen und Unterhaltung da ist und nicht unbedingt einen Titel braucht. Ja, bin ich bei dir. Bei CM Punk bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Ich finde, dass er derzeit sehr stark von seinen Gegnern lebt. Also bei Eddie Kingston war es so, das hat ihn so ein bisschen aus der Lethargie rausgeholt, weil da auf einmal Feuer in der Geschichte drin war. Aber ich weiß auch, dass wir davor gesagt haben, boah, also dieser CM Punk, ich hoffe mal, da passiert jetzt endlich mal was. Und jetzt mit Chris Jericho, Quatsch, mit MJF ähnlich. Also das funktioniert ja auch. Aber was man mit CM Punk halt eben nicht machen darf, ist ihn wieder auf den Nostalgia Train zu setzen und ihn wieder als den Hey, ich möchte gegen die jungen Leute antreten. Nein, der muss Feuer haben. aufzuspringen. Du merkst ja, sobald dieses Feuer da ist, funktioniert, das ist genau wie bei den Promos, lass ihn seine 0 auf 15, ich hab euch lieb, ich sag nur den Städtennamen dreimal und dann noch irgendwas zu Sport, funktioniert nicht. Lass ihn halt Promoduell haben, gegen MJF, gegen Eddie Kingston oder gegen eine, was weiß ich, Wasserflasche, funktioniert. Nämlich direkt. Aber ich finde, gerade das meinte ich halt, ich hoffe, man hat halt mittlerweile gefunden, wo er hingehört, wie er funktioniert. Dass man das halt ausbauen wird. Ich hoffe halt, dass man dazu ausreichend viele Gegenstücke hat innerhalb der Promotion. Ich könnte mir da auch, also das erwarte ich jetzt nicht für 2022 unbedingt, das sehe ich eher so 2023. Ich würde gerne eine Fede zwischen CM Punk und Adam Cole sehen. Ja, definitiv. Ich glaube auch das kann sehr spannend werden. Und Bryan Danielson sehe ich, auch jetzt aktuell weiß ich noch nicht genau, aber ich will auf jeden Fall dieses Jahr ein Match gegen Okada sehen. Ich möchte, dass man diese verbinden door wieder aufmacht. Da sagen jetzt beide Parteien schon, ja, haben wir Bock drauf, haben wir Bock drauf. Dann macht es. Dann schickt man den Okada da rüber und lasst ihn mal gegen den Bryan Danielson wrestlen, weil das ist das, was er am besten kann. Und jetzt hat er seine große Fede gegen Hangman gehabt. Das Ding ist jetzt abgeschlossen. Klar, jetzt kann er erstmal sagen, ich fange jetzt wieder unten an und dann lass ihn halt da antreten. Ich will das sehen. Ich will auch da nochmal die Dream Matches sehen, die hier mit Bryan Danielson möglich sind und da habe ich Bock drauf und das will ich haben. Ich will diesen New Japan Crossover mit AEW haben. Und das ist auch meine Prognose, dass wir das 2022 bekommen. Und Chris Jericho, da wurde sogar schon gerüchtet, dass jetzt dieses Jahr das Karriereende ansteht. Dafür bräuchte ich es aber meiner Ansicht nach noch den geeigneten Gegner. Bryan Danielson? Vielleicht CM Punk? Keine Ahnung. Mal gucken. Werden wir auf jeden Fall sehen. Auf jeden Fall werden wir die Namen natürlich auch noch hier weiter im Programm haben. Wir haben so Leute wie Puck oder so, haben wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Auch die werden natürlich noch ihre Rollen haben, aber ich glaube jetzt auch nicht mal die ganz, ganz großen Storys. Ich kann mir vorstellen, dass Puck jetzt erstmal so ein bisschen den Pentagon-Ersatz übernimmt für eine nähere Zukunft. und ich fand es ganz interessant, wir haben ja vor einigen Monaten auch mal so einen Durchstarter-2022-Podcast gemacht und hat sich das bei dir irgendwie geändert seitdem? Also hast du neue Namen auf der Liste? Also Hook auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum, aber der funktioniert halt so krass. Das gibt es gar nicht. Ich denke auch, dass Santana und Ortiz dieses Jahr halt durchstarten dahingehend, dass sie halt funktionieren werden. Ähm, Nö. Nö, sonst alles. Aber beim Alten, also es gibt halt genug Kandidaten. Es wird auch interessant sein für mich, was mit Darby Allen dieses Jahr passiert. Ich denke, er hat halt genug Picture gehabt, das Standing ist vorhanden. Dieses Jahr könnte es eigentlich zu mehr reichen. Kai, wie sieht es bei dir aus? Durchstarter-2022, ein, zwei Namen? Ist jetzt der obvious Pick, aber ich nenne es Durchstarter, weil es jetzt wirklich um den Main-Event-Belt geht. Das MJF. Weil er da jetzt halt sagt, okay, jetzt redet er einmal drüber, jetzt kriegt er seinen Shot und ich gehe davon aus, dass er Champion wird. Also wenn das nicht einmal durchstarten ist, dann weiß ich es nicht. Bei Hook bin ich mal gespannt, also ob man wirklich irgendwann sagt, okay, ich mag das Wrestling und ich finde, das ist nicht nur ein witziges Meme. Also kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Das ist halt die Frage, wie lange sich dieser Gag hält und also weil talentiert ist er auf jeden Fall, müssen wir nicht drüber reden. Ja. Die Frage ist, wie zieht er Leute mit, wenn es dann 10, 15 Minuten Matches werden? Da bin ich gespannt drauf. Und Adam Cole kann man eigentlich nennen. Ah, ist er, na. Ja. Ich habe gerade auch überlegt, ob ich jetzt noch Jurassic Express sagen soll, aber die sind ja eigentlich schon durchgestartet jetzt. Ja, es ist halt, Jack überholt seinen ersten Einzeltitel. Deswegen, ja, das glaube ich nicht. Also ich persönlich. Aber jetzt so aus dem Blauen aus, wo ich sage, so Mann, der wird jetzt noch sein Jahr haben. Hätte ich so spontan. Weil auch ein Dabi Allen ist ja kein Durchstarter mehr, finde ich. Das ist ja auch schon. Ja, es ist halt schwer zu sagen, es sind halt mittlerweile wirklich viele von denen, die wir immer genannt haben, etabliert. Ja, die Säulen, wie man so schön sagt. Na klar, Dante Martin. Die Säulen werden immer breiter, sagen wir mal so rum. Ja. Ich finde, Dante Martin kann man da noch einschmeißen. Jetzt Kai Du. Ja, witzig ist aber auch, dass wir keinen von WWE nennen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. Ich glaube, da hatten wir, glaube ich, sowas wie Riddle und Damien Priest, glaube ich, haben wir damals genannt. Ja, aber das ist ja auch die Frage nur falsch passiert. Aber die kannst du jetzt ja auch nicht mehr nennen, weil es ist ja auch so, ja gut, die haben halt ihr Ding gemacht. Und Riddle war, glaube ich, auch schon da im Tag Team so ein bisschen mit Randy Orton. Ja. Das ist korrekt. Man kann natürlich jetzt auch wieder drüber sprechen. Also natürlich müssen wir auch noch ganz kurz die Fede, die offensichtliche Fede zwischen Adam Cole und Red Dragon und der Elite hier ansprechen. Der Name von der neuen, alten Undisputed Era soll ja Paragon sein, Kai. Ich hätte Paragon jetzt gesagt. Also auf Englisch. Ist cooler, ne? Nee, ist aber generell auch ein Kackname. Also finde ich jetzt nicht geil. Es ist ja, glaube ich, so, dass sie am 3. Januar dafür irgendwie ein Trademark sich gesichert haben. Ja, also ist halt, glaube ich, schwierig, weil Andisputed Era wurde gesagt so, Mann, das sind unsere Jungs. Und das hat man jetzt so krass im Kopf drin und das ist irgendwie vertraut. Ja, muss man sich dran gewöhnen, ne? Aber ich habe es schon gesagt, gib mir die Fede, gib mir fünf Matches, mach einfach dann drei gegen drei und dann sagst du jetzt nochmal im Käfig und dann nochmal False Count Anywhere und dann das und dann auf Flugzeug. Wirklich Plan Ride from Hell Match. Also, ne, ich habe da ganz viel Bock drauf. Also, ich traue dann da auch zu, dass sie dann natürlich auch super viel ihrer Hände selber im Spiel haben und dann die Pferde aufbauen und da vieles Gutes mit reinschreiben, was sie schön erzählt über lange Zeit, also wirklich über viele Monate. Da freue ich mich einfach nur drauf. David, wie sind deine Gefühle? Da schlägt das Herz ganz schnell. Also, ich bin komplett bei Kai. Ich nehme das mit. Das ist für mich Money, Emotionen. Ich habe Bock drauf. Ich weiß, es wird fantastisch. Ja, also, ich freue mich auf das erste Aufeinandertreffen beim Pay-Per-View. Ich glaube auch, das wird eine der bestimmten Fäden für dieses Jahr sein. Das wird eine Storyline sein, die wird sich über mehrere Monate erstrecken und natürlich auch wird das die Karts bestimmen, weil du verschiedene Konstellationen machst. Du kannst 3 gegen 3 machen, du kannst 1 gegen 1 und 2 gegen 2 machen. Also, du hast viele Optionen plus natürlich auch noch der Dunstkreis, der da noch mehr mit dazukommt. Und ich sage es mal so, ich halte es auch aktuell nicht für unmöglich, dass Roderick Strong bei WWE in absehbarer Zeit nicht vielleicht auch seine Entlassung bekommt, weil ich sehe den nicht in irgendeiner großen Position, sondern ich sehe den eher, naja, ich glaube, der steht auf irgendeiner Liste ganz oben und das ist nicht die für die Gehaltserhöhungen. Der war halt immer das langweiligste Mitglied von denen. Also, der ist super gut im Regen, müssen wir nicht drüber reden. Aber den brauche ich auch nicht, nur damit man das Set komplett hat. Doch, nein, den brauchst du auch nicht. Und vor allen Dingen brauchst du den nicht bei AEW, wo es halt immer oft auf Trios hinausläuft. Ja, trotzdem. Da kann ich mehr splitten, weißt du? Da kann ich mehr splitten. Erst, erst, zu splitten wir die zu zweit, dann ist Cole und Strong gegen Red Dragon und dann splitte ich nochmal Red Dragon und dann splitte ich nochmal Cole und Strong. So. So sieht es nämlich aus. Was wir natürlich auch noch unbedingt ansprechen müssen, ist die Tatsache, dass ja Tony Khan bereits eine Traumverpflichtung angekündigt hat, die sich in Nordamerika befinden soll. Und die Frage ist jetzt auch, also ich mache es mal zweigeteilt. Erste Frage, wir haben 2021 gesehen, wo AEWs extrem über Neuverpflichtungen eigentlich ausgezeichnet und charakterisiert hat. Bleibt das in diesem Jahr so? Sprich, kriegen wir da immer nochmal die großen Knaller? Also mein Personal ist da. Und natürlich dann, wenn wir Richtung Verpflichtungen gehen, wen hätten wir denn da gerne? David? Also Kai wird auf jeden Fall sagen, sie fiend. Ich wollte gerade sagen, sollen wir den Start auch nochmal aufmachen? Die verbinden door. Also ich wollte gerade sagen. Ja, also er wird auf jeden Fall The Fiend sagen, ich denke, es wird natürlich wieder Neuverpflichtungen geben, weil die Company ist immer noch im Aufbau. Auch wenn die jetzt besteht, ist es immer noch nicht fertig, sagen wir mal so rum. Und ich glaube schon, dass ein Keith Lee ist nicht unwahrscheinlich und auch ein Johnny Gargano sich nach seinem letzten Interview zu 100 Prozent bei AEW, auch wenn Kai es nicht mag. Aber ich sehe ihn halt da. Ich denke aber, dass es allgemein nicht so viel wird wie dieses Jahr. Was hat er denn gesagt in seinem Interview für die Leute, die das jetzt nicht kennen? Dass er halt sich auf die neuen Aufgaben freut und er hat halt Bezug genommen, dass er halt NXT dankbar ist und es war eine tolle Heimat. Aber er ist halt bereit für neue Aufgaben und na, na. Und ja, den sehe ich halt da. Der soll erst mal Papa werden. Ich kann dir sagen, das ist ein Schreck genug. Und ja, die Buskos hätte ich auch gern. Aber wie gesagt, ich glaube einfach gerade, ich meine, was willst du toppen? Wenn wir das hier in Punk und bei Danielson toppen mit Adam Cole, das würde ein bisschen schwer möglich sein. Ich meine, okay, vielleicht kommt auch The Walk und Undertaker auch nochmal raus. Was willst du eigentlich? Das ist die ganze Zeit mit Undertaker, ey. Lass den mal retiert. Hör mal auf jetzt. Ja, echt, ey. So schön genug, dass seine Frau jetzt wieder dabei ist da. Ja, okay. Ich möchte nur die Liste zitieren von alten Namen, die man vielleicht nochmal im Ring sehen könnte. Laut Olaf. Undertaker vielleicht. Das heißt nicht laut Olaf, das waren Diskussionspunkte. Nein, aber ich denke, ja, natürlich, es wird Neuverpflichtungen geben. Es wird auch, denke ich, dieses Jahr ein paar Verträge geben, die auslaufen, schön größer an Brian Cage, die halt nicht verlängert werden. Aber man formt halt so sein Wasser. Aber es wird nicht mehr so krass, ich hoffe, es wird so krass sein wie letztes Jahr. Das war mir zu viel. Ja. Man munkelt ja auch, dass Marco Stunt ja auch vorm Absprung steht quasi, Brian Cage auch. Und es ist ja auch diese Politik von AEW, dass man die Verträge auslaufen lässt und dann die Talents quasi, ja, währenddessen, während der Vertrag noch läuft, auch wrestlen lässt, aber dann danach quasi erst gehen lässt und nicht sie entlässt, wie WWE das macht. Ist ja ein Unterschied, den man da gemacht hat. Klar, der Fiend wäre irgendwie ein Name, aber ich glaube eher, dass wir Keith Lee sehen werden und dann auf lange Sicht Johnny Gagano. Bei Namen wie, ich finde William Regal in irgendeiner offiziellen Position fände ich geil. Oh ja. Samoa Joe, weiß ich nicht zum Beispiel. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir Leute wie ein Bandido zum Beispiel bei AEW sehen würden. Ich finde, der passt auch geil vom Stil in die Show. Kai, was sagst du? Ja, also jetzt gerade bei dem, natürlich bei dem Ring of Honor-Thema schwingt ja mit, da kannst du ja ganz viele holen. Also das sagst du ja gut. Die haben jetzt ja sowieso, so wie sie das jetzt machen, aufgehört. Alle wurden auf einmal Free Agents, da kann es ja gut was weg sein. Aber ob ich jetzt halt auch so einen Jay Lethal nochmal brauche, ja, weiß ich nicht. Jonathan Gresham auch cool, mehrfach bei WXW gesehen, ist jetzt aber keiner, wo ich sage, Mann, der muss jetzt zu AW. Das ist dann ein bisschen das Problem, was ich dabei sehe. Und was ich auch wieder schwierig finde, ist die Wortwahl von einem Tony Khan. Wir haben so ein mega, hyper, super, major Signing. Das macht er doch jedes Mal, ne? Ja, aber das Problem ist, ja, ich habe auch mittlerweile, mag ich ihn auch, hat ja auch hier unsere beiden Tech Champs mal geküsst, so das mag ich ja auch. Aber am Ende ist es wieder Christian Cage und alle sind so, ja, ist halt schon cool, aber ist jetzt auch halt nur Christian Cage. Also, das war ja auch das Problem. Wo es nicht so, Mann, da kommt jetzt richtig jemand und dann ist es so, yo, Big Show. Ja, dann ist doch super. Also, da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Johnny Gargano, sag ich wie es ist, brauche ich nicht. Wenn er so der Champa mitbringt, DIY-Form, dann bin ich cool damit. Ansonsten, gibt jetzt auch einen Johnny Gargano, dem Produkt jetzt nicht krass viel, was sie noch nicht da haben, ne? Wenn man es das mal ganz hart nennt. Emotionen. Ja, cool, wir haben ja nicht 4000 andere Wrestler unter Vertrag, die uns Emotionen geben können. Also, dann halt wirklich einen Keith Lee, weil der sticht noch mal allein schon vom Körper her raus, ne? Also, ich brauche jetzt nicht den 400. Relativ kleinen Typen mit einem durchschnittlichen Körper, der technisch gut wrestlen kann. Ich habe erst gedacht, bis du technisch gut wrestlen kannst, habe ich gedacht, du streifst mich nicht. Ich wollte jetzt mal meinen inneren Vince McMahon mal channeln und sagen, das will ich ja nicht. No, no vanilla midgets for me. Das ist da so ein bisschen das Problem, was ich dabei sehe. Und auch ein Joe. Ich erinnere nur an die NXT, da war es noch Takeover Review, wo Samoa Joe den Belt gewonnen hat und wirklich schlecht aussah in dem Match. Ne, im Ring bräuchte ich auch nicht mehr. Ja, also das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ich bin gespannt, was dieses Major Signing jetzt ist. Vielleicht ist es ja Hit Row, die Supertalents, die Olaf hochgelobt hat bei SmackDown. Ich halte Shane Strickland für sehr wahrscheinlich, dass die, was wir dem bei AW sind. Das ist auch ein Ricky Starks im nächsten Walk. Das habe ich nicht gesagt. Ganz ehrlich, hier der, der Shane Strickland ist genauso, ja, so ein Signing wie Tony Nese, weil das ist auch so, man braucht halt kein Mensch. Das sagst du. Ja, sag ich auch. Ich sage auch, kein Mensch braucht Johnny Gargano, also da nochmal zu polarisieren. Mit Ciampa sage ich, gut, kommen sie rein, kommen sie rein. Aber alleine nicht. Von den Namen, die wir bisher aber genannt haben, würde ich mich am meisten über Keith Lee freuen. Ich hoffe übrigens, dass man nichts mit Ric Flair macht. Das ist immer so ein bisschen meine Angst, weil alle zwei Tage lese ich Headlines, wo wieder Ric Flair sagt, oh, AW, das und das ist toll, wo ich mir denke, halt einfach das Maul. Ich würde gerne Buddy Murphy gegen Kenny Omega sehen. Nein? Man merkt auch schon, Olaf seint einfach nur nach Dream Mages. Ich habe einfach nur Bock, dass ich dich die ganze Zeit gegen den Nacken V-Triggern. Für mich reicht das. Danach ist es egal, was mit dem passiert, da ist man halt da. Leicht zu unterhalten. Ja. Ja, schauen wir mal. Aber ich bin auch dabei, also so wie ihr es gesagt habt, auf jeden Fall 2022 wird man sich nicht mehr ganz so stark über die Neuverpflichtungen auszeichnen, aber man wird sie trotzdem noch haben. Und man wird auch genauso gut Abgänge haben. Ich glaube, davon können wir auch ausgehen, dass man quasi hier so eine Art leichte Rotation haben wird, dass ein paar Talents werden gehen, vielleicht auch unmerklich, dass sie einfach aus den Shows geschrieben werden, einfach nicht mehr auftauchen und dann kommt irgendwann die Meldung, Vertrag ist ausgelaufen und dann geht es eben weiter im Turnus. Verpflichtungen haben wir. David, wie siehst du die Entwicklung vom Style? Also bleibt es dabei, dass AEW auch jemand ist, ganz offensichtlich, die natürlich auch so einen bunten Mix anbieten? Oder glaubst du, da ist vielleicht dann auch irgendwann der TV-Sender und sagt hier, du, 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 also hier die brutalen Szenen, dass viele Blutworn wir dann doch nicht haben? Nein, ich glaube, sonst würden sie halt nicht das neue Jahr mit Blutbad beginnen. Und das alte Jahr mit Blutbad enden. Ja, also, nein, ich glaube, es wird immer einen Mix geben und der Mix gefällt halt ja auch den Leuten, muss man ehrlich sein. Das heißt auch nicht, vor allem, ich möchte mehr von dem Blut sehen. Nein, brauche ich nicht, aber ich möchte es auch mal sehen. Das ist assig, aber es ist, ja, funktioniert halt einfach bei mir und ich mag den Mix, wie der ist. Ich finde es unterhaltsam. Warum sollte man was ändern, was halt weiter wächst und funktioniert? Ich gehe auch davon aus, dass man nichts ändern wird. Also, das ist ja momentan so der Stil und man hat immer die verschiedenen Bereiche, die es im Wrestling gibt, abgedeckt. Kai, ich glaube, da wird man nichts ändern. Wie siehst du das? Ja, nee, das ist ja gut, wenn man auch seinen eigenen Weg findet. Ja. Ich habe zwei Namen noch vergessen, die wir hier bei Neuverpflichtung noch kurz besprechen könnten. Also, Kai, wenn du hier auf Menschen mit anderem Körper und hier große Männer stehst, ne, was ist denn mit Braun Strowman zum Beispiel und Kieran Cross, Killer Cross ist auch übrig? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man Braun Strowman irgendwann wieder bei der WWE sieht. Das finde ich ist, also, ich finde es wahrscheinlicher, ihn bei der WWE zu sehen als bei AEW irgendwie. Okay. Und den guten Herrn Cross? Ich habe mir jetzt ja das Interview angeguckt bei, äh, René Parkett. Genau, ich wusste nicht, wie man den Namen ausspricht. Parkett wieder im Boden. Ähm, genau. Und man muss sagen, nett, witzig, sympathisch, aber habe ich mir gedacht, ich habe ja auch Matches von dem gesehen und der ist mir gefallen, ich fand den immer kacke. Also, ich persönlich brauche ihn jetzt nicht bei, ähm, AEW. Okay. David? Alles, was Kai sagt. Also, sowohl Strowman als auch Kurs. Okay. Ähm, haben wir noch was zu AEW? Weil ansonsten sind wir langsam durch. Äh, wir hatten noch den Punkt, äh, was mit den vergessenen Talenten passiert. Ob die einen Platz finden, wenn Malachi Black mit House of Black und Andrade. Ne, Andrade. So rum. Ja. Ich glaube, ich glaube, Malachi Black ist, äh, mit House of Black findet seinen Weg. Bei Andrade habe ich keine Ahnung, wo man mit dem hin will. Ja, ich denke Andrade, also auch, ich glaube, Malachi Black wird halt sich neu erfinden müssen, aber nicht komplett, sondern halt einfach dieses House of Black hin und her tunen, bis es halt irgendwann funktioniert und dann wird es auch als, nicht als Team, sondern vielleicht eher Stable funktionieren, äh, was nicht verkehrt wäre. Bei Andrade, der ist halt komplett lost. Also, der, der braucht einfach alles. Äh, im Regen finde ich ihn super. Ich finde ja auch, dass er die Star-Power hat, aber einfach, da fehlt Charakter und da muss man halt ganz, ganz viel machen, aber das Jahr ist lang. Das stimmt, aber schon krass, also, wenn man, was hat man gejubelt, als die Leute rübergegangen sind und dann irgendwie, Kai, wie siehst du hier die beiden Namen? Ich glaube, dass Malakai Black in der Tech-Division unterwegs sein wird mit seinem Partner. Ich finde, da passt er rein. Als Singles Wrestler gibt er mir jetzt so wenig, wie ich schon gesagt habe, einfach nur irgendwas Kryptisches machen, um was Kryptisches zu machen, hilft halt nicht, ne? Also, bin ein bisschen auch enttäuscht von dem, was da jetzt passiert mit dem, was nicht auch an AW liegt, sondern generell so am ganzen Charakter insgesamt. Das mag ich nicht so ganz und vielleicht ein popular opinion, Andrade Braui nicht. Der ist gut im Ring, aber mehr auch nicht. Nicht in der Rolle auf jeden Fall aktuell, ne? Also irgendwie, da springt der Funke nicht über. Jetzt will er noch irgendwie Darby Ellen kaufen. Ja, also generell dieses Kaufgemäck funktioniert halt gar nicht. Also der soll aufhören. Vor allem, was beiden geschadet hat, finde ich, dass sie halt mal mit denen zusammengearbeitet haben, mal mit denen zusammengearbeitet haben. Und das passt für mich einfach nicht. Das ist halt, warum sollten die jetzt mit anderen zusammenarbeiten? Melanchol Black, der House of Black hat, der soll alleine was machen. Aufziehen. Und Andrade soll auch für sich alleine stehen, halt auch nicht als ... Ich fand das schon bei Alberto der Rio langweilig. Ich war halt den Typen mit der dicken Kohle. Nee, das ist einfach nicht das, was funktioniert. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, dann sind wir jetzt wirklich an der Stelle durch. Wir können hier noch drüber sprechen, ob wir bei AEW und oder WWE noch hier die alten Namen zurück im Ring bekommen werden. Ich habe so ein paar Namen hier aufgelistet. Also interessant fände ich zum Beispiel, glaubt ihr, wir sehen Shaquille O'Neill noch mal bei AEW, David? Hätte ich Bock drauf. Ähm, ich weiß nur nicht, wie er drauf ist, ob er daran interessiert oder nicht. Falls ja, denke ich, werden wir es auf jeden Fall machen. Weil er hat ja funktioniert. Also, ähm, ja. Hätte ich aber kein Problem mit. Wenn ich aber im, ähm, dieses Jahr, im Laufe des Jahres bei WWE sehe, äh, ist wunderbar, sie. Okay. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich weiß, also meine, klar, die hat ihr Kind bekommen und so. Bin ich gespannt drauf, ob man die noch mal sieht. Ich glaub eher nicht, sag ich mal. Ich glaub, dass man Trish Stratus bei, ähm, WWE sehen wird. Ja. Vielleicht sogar schon beim Rumble. Ja. Ähm, Kai, du hast hier die Liste vorliegen. Da ist unter anderem auch noch, über Goldberg haben wir schon gesprochen. The Rock, glaub ich, denkt keiner dran. Äh, Undertaker auch nicht. Tyson Fury hab ich auch noch auf der Liste stehen. Ich hab eine Box wieder, oder? Kann sein. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja. Ich glaub, jetzt einen krassen Namen werden wir nicht sehen. Ich würd mich immer freuen, John Cena zu sehen, wie gesagt. Trish Stratus ist super wahrscheinlich, weil du musst ja irgendwie auf mehr als fünf Damen kommen im aktuellen Roster. Ronda Rousey glaub ich nicht. Also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Brauch ich auch nicht zwingend, wenn ich ehrlich bin. Und sonst, ja. Also ich hab da jetzt keinen großen Namen, auch als nicht so ein Celebrity, der nochmal in den Ring steigt. Also ob jetzt auch ein Check nochmal da ist, kein. Ich finde ihn an sich so prinzipiell witzig, aber also gibt mir jetzt nicht viel. Also wirklich von der Liste, die wir hier haben, würde mich am meisten über Cena freuen. Und ganz doll freuen, wenn Taker nichts macht. Vielleicht kriegt er eine Hall of Fame Induction, aber mehr auch nicht. Oh ja. Das wäre mal ein Punkt. Genau das. Und dann kommen wir hier zum Schlusspunkt dieses wunderbaren Podcasts, weil ich hab ein paar mutige Predictions rausgesucht. teils aus dem Netz, teils selbst erfunden und da müsst ihr jetzt gleich mal Stellung zu beziehen. So, würde ich sagen, fangen wir an. Ich mach immer abwechselnd. Erste Prediction. WWE beendet 2022 den Brand Split, Kai. Nein. David? Okay. Fängt es schon wieder an mit Splits, ne? Nein, ich glaube auch nicht. AW führt den Brand Split ein. Kai. Wäre praktisch, aber nein. Nein. Nein, braucht man auch nicht. Okay. Ich glaub's nicht, aber ich glaube, irgendwann wird man da nicht mehr drumherum kommen. Ja. Aber ich glaub nicht, dass es dieses Jahr sein wird. Ähm, WWE wird verkauft. David zuerst. Nee, dieses Jahr noch nicht. Dieses Jahr breit man das weiter vor. Seh ich nicht. Ja. Seh ich auch so. Ähm, AW startet einen eigenen Streaming Service. Bitte ja. Okay. David? Bitte ja wäre schön. Ich glaub aber, das breit man auch vor und ich weiß nicht, wie das mit den TV-Deals so gut hinhaut. Ich glaub dann spätestens 23, aber ja. Ich sag auch jein. Also ich weiß nicht, ob's jetzt dieses Jahr schon ist, aber man macht's natürlich auf jeden Fall. Und ich könnt mir sogar auch vorstellen im Zusammenhang, dass man doch noch die Ring of Honor Archive, die Videobibliothek kauft und dann eben so ein großes Paket hat. Ähm, nächster Punkt. Roman Reigns nimmt sich eine längere Auszeit und geht nach Hollywood. David? Ähm, ich möchte mal anmerken, dass er auf der Leinwand neben The Walk sehr schmal aussieht. Das fand ich sehr verstörend. Ähm, nein. Kai? Ich auch noch. Also noch nicht. Nee. Noch nicht, genau. Ich glaub, der ist auch zu wichtig, ne? Ja, deswegen. Also da müssen wir noch alles dran setzen, dass er das nicht macht. Ja, eben deswegen sage ich auch nein, noch nicht. Ähm, 205 Live wird eingestellt. Kai? Ich weiß nicht, ob man da auch irgendwie, ob das irgendwo läuft oder ob es nur Network, doch, das ist nur Network Exclusive, ne? Ich glaub, ja. Dann, ja. Ja. Mach mal, ja. Es gibt ja kein Cruiserweight-Title mehr. Stimmt. Ja, stell das einfach. Und es gibt auch kein 205-Roster mehr. Nee. Also. David? Ja. Ja, es macht keinen Sinn. Warum hat man die Show noch? Ich weiß es nicht. Dann mach lieber eine neue Show und pack die Talents da rein. Ähm, AW führt ein Trios-Title ein, David. Nein, auch wenn du jetzt gleich sagen willst, ja, bitte. Ja, weil da kann ich mehr Leute es bitten. Ich will das nicht. Ich war nach genug Titel. Kai? Ich find das sinnvoll. Gerade weil AW unfassbar viele Stables hat und auch ein sehr, sehr großes Roster. Ja. Und auch gerade diese, weil David hat's jetzt aber angesprochen, die haben halt super auf diese Dreier-Vierer-Gruppierungen. Also ich find Trios-Title macht da sehr viel Sinn. Trios. Ähm, seh ich auch so. Bin ich bei Kai? Ich sag ja. Ähm, ein Damenmatch headlined einen der großen AEW-Pay-Per-Views. David? Uff. Ähm, dieses Jahr noch nicht, nächstes Jahr. Kai? Das ist richtig scheiße, das einfach so festzulegen. Also, dann kannst du auch Stephanie McMahon booken lassen. Mach's doch, wenn's Sinn ergibt. Und nicht zu sagen, jetzt noch nicht nächstes Jahr, sondern wenn die Fähle groß ist, dann mach's it. Ja, aber du hast halt noch nicht den Aufbau gehabt. Eine Charlotte gegen Becky funktioniert auch nur, weil die viele Jahre Aufbau hatten. Ja, aber ich mein jetzt pauschal zu sagen, nächstes Jahr dann aber, ist halt auch Quatsch. Ja, weil ich denke, dass dann halt, man hat ja den Schritt weiter gemacht. Man hat halt das genutzt, man hat das weiter aufgebaut, aufgefüllt. Man baut Charaktere auf, aber gibt den halt, dieses Jahr reicht es noch nicht, für mich, weil einfach das Standing noch nicht groß genug ist, außer bei Big Baker. Aber ich denke, dass es halt nächstes Jahr, ähm, Kontrahentinnen gibt, oder andere Wrestlerinnen gibt, die vom Standing her ähnlich aufgebaut sein könnten. Wenn das dann die größte Fähle ist, ja, sonst ist es Quatsch. Da wird dir Kai gleich gerannt, ich merkst du das? Ja. Ich mag einfach, ja, das ist das Gleiche wie dieses, oh, das ist das Co-Main-Event und das und das und hier, äh, Main-Event in Nacht 4 bei der, äh, bei One-Get-One-Free-Extravaganza, um das nochmal aufzugreifen, was ich seitdem. aber es ist doch eine Schlussfolgerin, wenn du den Aufbau hattest und die, die Personen groß genug sind, dann hast du ja auch Fäden, wenn die entsprechend umgesetzt sind, dass die so groß sind, dass die Main-Event fähig sind. Ja, das stimmt. Aber das geht halt darum, dass du es nicht pauschal sagen kannst, das meine ich noch. Ja, du kannst auch nicht pauschal sagen, ob es einen Trios-Titel gibt, das ist ja hier einfach Prediction. Aber ein Trios-Title macht Sinn, pauschal zu sagen, dass irgendetwas Main-Event hat, macht keinen Sinn. Ja, es macht keinen Sinn zu sagen, Woman, es geht nicht nach Hollywood dieses Jahr, kann ja auch trotzdem sein. Darf ich weitermachen? Nein. Sollen wir noch mal Bray Wyatt und Jeff ausdiskutieren? Ich glaube, er möchte uns splitten. Ja, dann, was sagst du denn, Olaf? Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr sein wird. Dabei, ich bin da bei David, es ist noch, oder ich bin bei euch beiden, da ist einfach noch nicht genug Talent für aufgebaut, es ist keine Fäde groß genug und du brauchst mindestens zwei bis drei große Namen, um so ein Match aufzuziehen und das hat AW momentan noch nicht. So. Nächste Prediction, WWE oder AW veranstalten ein Pay-Per-View in UK oder Europa. David? Ja und nein. Ich glaube, WWE wird es vielleicht machen, in der zweiten Jahreshälfte AW noch nicht. Aber ich denke, dass die Chancen bestehen, dass dann nächstes Jahr dann der große Schwung kommt, auch mit Haus-Shows und da gehen wir dann alle hin. Sagst du, nächstes, mein du, nächstes Jahr sagst, meinst du dieses Jahr? Nee, 23. Okay. Ich sag, Corona. Da im Schild und fällt das alles. Ja, aber das ist ja keine Antwort auf die Frage. Musst du sagen, gehst du jetzt davon aus, wegen Corona es wird stattfinden und wegen Corona es wird nicht stattfinden. Ja, wegen Corona machen sie es auf jeden Fall. Also wenn kein Corona wäre, würden sie nicht kommen. wenn Corona endemisch ist, dann ist es dann so. Aber wenn eine neue Variante... Also ich glaube, das beide planen, rüber zu kommen, auch für ein Pay-Per-View, aber dass das halt, wie gesagt, davon abhängig ist, wenn es jetzt ab März heißt, wir haben Corona besiegt, kommen sie dieses Jahr und sonst gehe ich davon aus, dass es nächstes Jahr oder wenn nicht sogar es übernächstes Jahr ist. Also ein Pay-Per-View 2022, ganz klares Nein. Ganz klares Nein. Eine Show, Ende des Jahres vielleicht irgendwann, wenn es möglich sein sollte, wegen Corona, ein kleines Jahr. Die Frage ist halt eh scheiße gestellt, weil WWE hat keine Pay-Per-Views mehr. Ein Live-Premium-Event vielleicht. das war aber eine andere Frage. Alter. Finale Prediction. Wrestling in Deutschland erfährt einen neuen Boom, bedingt etwa durch einen neuen TV-Deal für WWE oder AEW. Nein. Nein. Ja, nein. Schade. Nur weil Wrestling ist scheiße, hassen wir alle. Genau das. Oh Mann. Ja, das waren unsere wunderbaren Kurz-Predictions hier zum Abschluss unseres Podcasts. David, möchtest du noch was sagen? Abschließend. Ja, ich möchte dich fragen nach deinem Lieblings-Eis und musst du das jetzt richtig antworten. Mein Lieblings-Eis? Ein Bananasplit. Mach zu Ende. Ah, nein, verstehe ich. War gar nicht so schlecht. Ja doch, eigentlich war das schlecht, aber ist egal. Den muss ich raushauen. Deswegen finde ich ihn gut. Meinst du? Ja, doch. Ich verstehe ihn nicht. Wegen Splitten. Wegen Splitten, du Honk. Ach so. Ey, wirklich? Ey, wir schicken Rosinen zu dir, dass er deine Schulter massiert. Ich hab gedacht, das war irgendwie so ein perverser Sexwitz, den ich nie verstehe. Nee, wegen hier, Tag-Teams. Weil du so gerne splittest. Ja. Ja, ja, jetzt hab ich verstanden. Deswegen auch Bananasplit, weißt du, weil da kommt das Wort Splitten vor wie ein Tag-Team-Splitten. Eigentlich schon verloren. Komm, mach den Deckel, wenn man ein Gag erklären muss, ist er nicht mehr witzig. Also nochmal zum Bananasplit. Wird es dieses Jahr noch ein Bananasplit geben? Ja. Nee, ich glaube, ich hab noch nie so lange gepodcastet. Also von der Uhrzeit her. Ja. War schön. Es hat sehr viel Spiele. Schon länger nicht mehr. Ich muss noch schneiden. Genau. Ja, das ist korrekt. So, deswegen mach ich jetzt auch an der Stelle hier den Deckel auf den Podcast. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Wenn ihr das macht, geht direkt auf Patreon oder Steady, unterstützt uns, damit Kai noch mehr Nachtschichten einlegen kann und damit ich noch mehr Tag-Team-Splitten kann und damit David noch mehr Splitten kann. Was willst du denn? Namen falsch aussprechen kann. Genau. Damit David endlich sein Brian Danielson-T-Shirt bekommt. Ja, sorry. Brigitte Danielson. Weißt du, wir machen einfach so ein T-Shirt, was Cody Rhodes hat für Olf und dann machen wir einfach Split oder No-Split. Finde ich gut. Hier face Danielson. Das ist die einzige Lösung. Ach, schön. So, hat Spaß gemacht. So, reicht jetzt auch. Wenn ihr Spaß gehabt habt, gerne bei Spotify uns bewerten. Ansonsten hören wir uns nächste Woche hier dann zum Wochenend-Podcast wieder. Da beantworten wir eure Fragen. Fragen gerne schicken an fragen.headlock.de oder Discord, Twitter, Facebook, wo auch immer ihr uns erreicht. Ich sage, danke schön fürs Zuhören, danke schön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mach's gut. Tschüss. 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 Headlock. Der Pro-Wrestling-Podcast.